Erst die Einführung der Rentenmark im Jahre 1923 stoppte die Mega-Inflation. Wirtschaft und Staat erholten sich wieder. Lange vor dem Wirtschaftswunder, nach dem Zweiten Weltkrieg, sprach man schon vom Wunder der Rentenmark. Die legendären Goldenen Zwanziger setzten nach der Trostlosigkeit des verlorenen Krieges ein. Es konnte geradezu von einer schöpferischen Explosion aller musischen Kräfte gesprochen werden. Künstler wie Otto Dix und George Gross machten auf sich aufmerksam. Thomas Mann schrieb seinen Zauberberg, Alfred Döblin Berlin-Alexanderplatz, Marlene Dietrich erlangte im Blauen Engel Weltruhm, Walter Gropius schuf eine neue Architektur. Berlin schien in diesen Jahren das quirlige Zentrum der künstlerischen Welt. Ein Tanz auf dem Vulkan, wie sich später herausstellen sollte. Doch wer sehen wollte, konnte sehen. Hitler und Ludendorff, der Kriegsheld aus dem Ersten Weltkrieg, putschten in München und flohen im Kugelhagel der Polizei. Hitler wurde zu einer milden Festungshaft in Landsberg verurteilt und diktierte seinem Vertrauten Rudolf Hess sein Buch »Mein Kampf« in die Schreibmaschine. Darin finden sich die zentralen Ziele Hitlers, Ausrottung des jüdischen Volkes und Eroberung von Lebensraum im Osten, notfalls auch durch Vernichtung der slawischen Rasse. Später, als der Besitz dieses Buches für jeden Deutschen patriotische Pflicht war, haben es wohl die wenigsten gelesen. Wie sonst ist es zu erklären, dass getreue Hitler-Anhänger die These verbreiten, der Fuehrer habe von Auschwitz und Dachau, von Theresienstadt und Bergen-Belsen nichts gewusst. Nach der Einfuehrung der Rentenmark schien es trotz zwei Millionen Arbeitslosen aufwärts zu gehen. Manche Betriebe konnten sogar Vorkriegspositionen auf dem Weltmarkt zurueckgewinnen. Die Arbeiter hatten sich ihren Acht-Stunden-Tag erkaempft, Begrenzter Wohlstand breitete sich aus. Doch dann traf die Weltwirtschaftskrise die Deutschen mit voller Wucht. Nach dem Schwarzen Freitag an der Wall Street, an dem binnen Minuten Millionen Werte pulverisiert wurden, zogen sich die ueberseeischen Financiers schlagartig aus ihren europäischen Kapitalgeschäften zurück. Lohne und Gehaelter mussten gekuerzt werden, die Zahl der Arbeitslosen stieg im Winter 1932-33 auf ueber 10 Millionen an. Ganze Gesellschaftsschichten wurden radikalisiert und waren fuer umstuezlerische Parolen von Nationalsozialisten und von Kommunisten empfenglich geworden. Die Regierung konnte nur noch mit Notverordnungen arbeiten, der Reichstag mutierte tatsächlich zur Quasselbude, wie Kaiser Wilhelm II. das Parlament einmal verächtlich genannt hatte. Ungestraft konnten Bevölkerungsgruppen grob beleidigt und in den Schmutz gezerrt werden. Das in der Weimarer Verfassung verankerte demokratisch-parlamentarische System, nachdem die Staatsgewalt angeblich vom Volke, in Wirklichkeit aber mithilfe einer korrupten Presse vom Geldsack ausgeht, bedeutet unverantwortliche und verantwortungslose Herrschaft der Minderwaertigen, der Niederrassigen und der Juden unter Ausschaltung des Persoenlichkeitswerts und starker Fuehrernaturen. So beschrieb der Fraktionsvorsitzende Dr. Wilhelm Frick in seinem Rechenschaftsbericht die Nationalsozialisten im Reichstag 1924 bis 1931 den Krebsschaden, unter dem Deutschland angeblich litt und für dessen Beseitigung die NSDAP kämpfte. Zu dieser Zeit war die NSDAP die zweitstärkste Partei im Reichstag und ganz anders als nach der Reichstagswahl von 1928, als Frick dasselbe Verdammungsurteil schon einmal ausgesprochen hatte, bedrohte sie die Existenz der Weimarer Demokratie nun ganz akut. Mit ihrem schlagwortartigen 25-Punkte-Programm vom 24. Februar 1920 erwies sich die NSDAP zunächst als eine der vielen erst als Gesamterscheinung politisch bedeutsamen nationalistisch-völkisch-antisemitischen Protestgruppen gegen den Versailler Vertrag, gegen marxistische Novemberverbrecher und gegen die liberale Demokratie. Als eigentliches Programm des Nationalsozialismus, das ihn von seinen Konkurrenten unterschied, muss vielmehr die ebenso einfache wie weitgespannte politische Gesamtkonzeption gelten, die Hitler seit 1920-21 unermüdlich propagierte. Hitler verstand es, die Fanatiker, die Unzufriedenen und die Ratlosen aus allen Schichten in seinen Bann zu ziehen. Für den ersehnten Wiederaufstieg Deutschlands forderte Adolf Hitler die Überwindung der Niederlage von 1918 durch die Ausschaltung der vermeintlich Schuldigen, deren Wühlarbeit in der Heimat, das an der Front unbesiegte Heer von hinten, erdeulcht habe. Die Triebkräfte sah er verkörpert in Marxismus und Judentum, den Trägern und Nutznießern des demokratischen Systems. An dessen Stelle sollte ein autoritär geführter Großdeutscher Machtstaat treten, der entsprechend dem rassischen Elitecharakter des deutschen Volkes eine hegemoniale Führungsrolle in Europa zu übernehmen hatte. Als wichtigste Grundlage für die Realisierung dieses Fernziels sah Hitler die innere Einigung und die psychische, physische und materielle Wehrhaftmachung der Deutschen an. Gestützt auf Bündnisse mit England und Italien, deren Interessen aus Hitlers Sicht in erster Linie außerhalb Europas lagen und somit nicht mit den Deutschen kollidierten, sollte die dann errungene Machtstellung durch kriegerische Eroberung die Germanisierung von Lebensraum in Osteuropa, insbesondere in Russland, erreicht werden. Im Krisenjahr 1923 stieg die Mitgliederzahl der NSDAP von 10.000 auf 50.000. Ende 1928 hatte sie etwa 100.000 Mitglieder. 1929 verfügte sie schon über 48 Abgeordnete in 13 Landtagen. Als die Wirtschafts- und Staatskrise 1930 ihre volle Wirkung entfaltete, vermochte die NSDAP große Teile des vorhandenen nationalistisch-antidemokratischen Potenzials in ihr Lager zu ziehen. Bei der vorzeitigen Neuwahl des Reichstages gelang es ihr erstmals in großem Umfang frühere Wähler gemäßigter Parteien zu gewinnen und darüber hinaus neu und bisherige Nichtwähler für sich zu mobilisieren. Dieser Erfolg, 18,3% der Stimmen, 107 Mandate, ließ sich bis Juli 1932 noch mehr als verdoppeln. Danach wurden allerdings Grenzen sichtbar. Der 30. Januar 1933 wurde zu einem tragischen Datum in der deutschen Geschichte. Der Greise, im Amt überforderte Reichspräsident Paul von Hindenburg ernannte Adolf Hitler zum neuen deutschen Reichskanzler. Auch heute noch wird darüber gerätselt, wie es möglich war, dass 1933 ein großes Kulturvolk mit hochentwickelter Zivilisation scheinbar aus eigenem Willen sich der zerstörerischen Gewaltherrschaft einer Gruppe machthungriger Fanatiker auslieferte, deren Führer Jahre zuvor schon seine radikalen und nihilistischen Ziele mit aller Offenheit dargelegt und über den totalitären Charakter seiner künftigen Herrschaft wenig Zweifel gelassen hatte. Lange hatte sich Hindenburg als Reichspräsident quasi der Ersatzkaiser, der der Demokratie ohnehin zutiefst misstraute, gesträubt den böhmischen Gefreiten, wie er Hitler nannte, zum Kanzler zu ernennen. Aber seine Ratgeber, in erster Linie der arrogante Franz von Papen und Hindenburgs Sohn, Oskar, drängten ihn auf den Weg zum autoritären Experiment. Sie alle hatten Hitler unterschätzt, so wie das ganze deutsche Volk Hitler unterschätzt hatte. Noch am Tag der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten tönte von Papen, wir haben uns Herrn Hitler engagiert, in zwei Monaten haben wir ihn in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Selten hat jemand sich so geirrt wie von Papen. Wenn einer quietschte, dann war er es. Erste grundlegende Maßnahmen Hitlers Anfang Februar 1933 waren die Auflösung des Reichstags, dem die konservativen Regierungspartner und der Reichspräsident zustimmten, und die Veränderung der Machtverhältnisse in Preußen. Durch die formal legale Reichstagsauflösung war Hitler von dem Organ befreit, von dessen Tribüne die politischen Gegner seine Strategie erheblich hätten stören können. Darüber hinaus eröffnete sich der NSDAP die Chance, in einem aus der Regierung herausgeführten Wahlkampf ein Ergebnis zu erzielen, das sie vom Koalitionszwang befreite. Drei Tage nach der Auflösung ergingen bereits zwei Notverordnungen des Reichspräsidenten. Die Verordnung zum Schutze des deutschen Volkes ermöglichte massive Eingriffe in die Presse- und Versammlungsfreiheit und damit in den Wahlkampf hielt allerdings den Beschwerdeweg zum Reichsgericht ausdrücklich offen. Die Verordnung zur Änderung des Reichswahlgesetzes stellte die Splitterparteien ins Abseits, denn sie hob die notwendige Zahl von Unterschriften für Kreiswahlvorschläge noch nicht im Parlament befindlicher Parteien von 500 auf 60.000 an. Am 27. Februar 1933 brannte der Reichstag. Das gab den Nationalsozialisten einen willkommenen Vorwand, um gegen Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter loszuschlagen. Noch in der Brandnacht ließen Göring, der preußische Innenminister und Hitlers Propagandaminister Goebbels, als Tatsache verbreiten, es handle sich um einen Aufstandsversuch der KPD und der Mitwisserschaft der SPD. Gleichzeitig ordnete Göring für Preußen scharfe Maßnahmen gegen die KPD, insbesondere die Verhaftung ihrer Abgeordneten, sowie ein Erscheinungsverbot für die SPD-Presse an. Nur einen Tag nach dem Brand unterzeichnete Hindenburg die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Das war faktisch der Ausnahmezustand. Die bis heute umstrittene Frage der Täterschaft an dem Reichstagsbrand, verurteilt wurde schließlich der geistesverwirrte Holländer van der Luppe, verliert unter diesen Perspektiven an Bedeutung. Durch die Streichung aller wichtigen Grundrechte konnte mit der rücksichtslosen Verfolgung der KPD noch vor den Wahlen begonnen und der Wahlkampf der anderen Gegner massiv behindert werden. Dennoch erreichte die NSDAP ihr Ziel weder bei den Landtags- noch bei den Reichstagswahlen. Zur absoluten Mehrheit benötigten sie wieder die Hilfe ihres bisherigen Koalitionspartners, der Konservativen. Um den letzten Widerstand der Gegner zu brechen, verlegte sich Hitler auf den Terror. Massenverhaftungen von Kommunisten und Sozialdemokraten und ihre Einweisungen in schnell errichtete Konzentrationslager, dazu die brutal erzwungenen Personalwechsel in den Verwaltungen, ließen dieses Kalkül aufgehen. In dieser aufgeheizten Atmosphäre nahm der neu gewählte Reichstag das von den Nationalsozialisten eingebrachte Ermächtigungsgesetz an, schaltete sich also selbst aus. Damit begann die Umwandlung des Reichstags zum Akklamationsorgan, das bestenfalls noch die weitere Selbstkastrierung beschließen durfte. Die SA, jetzt 300.000 Mann stark, sorgte mit Knüppeln und Terror weiter für den notwendigen Druck. Ein Massenexodus der geistig-kulturellen Elite Deutschlands setzte ein. Zum Beispiel verließ der geniale Physiker Albert Einstein das Land, ebenso der Dramatiker Bertolt Brecht, die Schauspielerin Marlene Dietrich übersiedelte nach Hollywood, der Schriftsteller Erich Maria Remarque zog nach Paris. Bis kurz vor Beginn des Krieges dürften annähernd 30.000 Menschen das Deutsche Reich, Österreich und die deutschsprachigen Teile der Tschechoslowakei als politische Emigranten verlassen haben. Die Führung der SA verlangte nun ihren Lohn, forderte die Zerschlagung, zumindest aber die Entmachtung der Wehrmacht. Aber Hitler wollte auf die Kriegsexperten, die er für seine Expansionspläne brauchte, nicht verzichten. Lieber opferte er seinen grobschlechtigen Dutzfreund Ernst Röhm, den Staatschef der SA. In einer Nacht- und Nebelaktion ließ er die gesamte Führungsspitze der SA verhaften und liquidieren. In dieser dreitägigen Mordaktion mussten auch zahlreiche Hitlergegner, die mit der SA überhaupt nichts zu tun hatten, sterben. Das Reichskabinett, durch das Ermächtigungsgesetz mit einem Persilschein versehen, rechtfertigte das Morden nachträglich als Staatsnotwehr. Als Hindenburg im Sommer 1934 starb, übernahm Hitler auch noch das Amt des Staatsoberhauptes und ließ die Reichswehr auf seine Person vereidigen. Der braune Diktator, der böhmische Gefreite, war am Ziel. Er hielt die absolute Macht in seinen Händen. Wesentliche Voraussetzung für die Überwindung der 1934 noch erheblichen regimekritischen Stimmungen war der seit 1934-1935 deutlich spürbare Aufschwung der Wirtschaft und die dadurch sinkende Zahl der Arbeitslosen. Waren es Anfang 1935 noch drei Millionen, standen im Herbst 1936 nur noch eine Million auf der Straße. In bestimmten Bereichen war sogar wieder Vollbeschäftigung erreicht und vereinzelt herrschte sogar Arbeitskräftemangel. Das lag nicht nur an der Konjunkturverbesserung im Ausland, sondern vor allem auch an den gesteigerten Staatsaufträgen. Die Popularität auch politischer Erfolge, angefangen von der Rückgliederung des Saargebietes, der Wiederherstellung der deutschen Wehrhoheit und der Besetzung der entmilitarisierten Zone des Rheinlands bis zum Anschluss Österreichs und zur Annexion der Sudetengebiete stärkten das Regime, standen sie doch mit den Zielen und Wünschen der meisten Deutschen im Einklang. Hinzu kam der Respekt, den sich Hitler in diesen Jahren im Ausland zu verschaffen wusste. Im Juni 1935, drei Monate nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht, wurde der Arbeitsdienst eingerichtet. Hauptzweck des in militärischer Form jahrgangsweise abzuleistenden Arbeitsdienstes war die Erziehung der deutschen Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, vor allem zur gebührenden Achtung der Handarbeit. Aus ähnlichen Motiven heraus wurde auch die Hitlerjugend gegründet. Die Kompetenz der HJ umfasste die gesamte körperliche, geistige und sittliche Erziehung der Jugend außerhalb von Schule und Elternhaus. Sie wurde aber praktisch zur schärfsten Rivalin der schulischen Erziehung im Dritten Reich und schließlich vor allem auch Träger der vormilitärischen Ausbildung der Jugend. Die Geschlossenheit von Volk und Führung, das deutsche Organisationstalent und die deutsche Sportlichkeit wurden spektakulär bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin und in Garmisch-Partenkirchen vorgeführt. Hinter der Fassade glänzende Ereignisse, die sozialen Fortschritt und Frieden, politischen Erfolg und Einheit von Volk und Regime symbolisierten, vollzog sich allerdings für die ausländischen Besucher nicht sichtbar der weitere Ausbau der Überwachungs- und Mobilisierungsapparate. Um einen günstigen Eindruck vom neuen nationalsozialistischen Deutschland zu erwecken, waren anlässlich der Spiele auch einige der seit dem Vorjahr erneut verschärften anti-jüdischen Aktivitäten der Partei rückgängig gemacht worden. Der Rundfunk, schon vor der Machtübernahme in staatlicher Regie, war schnell auf NS-Linie gebracht worden. Josef Goebbels, der Berliner NS-Gauleiter, war ein für die damalige Zeit genialer Propaganda-Experte. Er beherrschte die Instrumente der Meinungsmache virtuos. Der vom Propagandaministerium kreierte Volksempfänger machte den Rundfunk zum Massenmedium der Unterhaltung und Steuerung. Die Zahl der Haushalte, die ein Radio besaßen, stieg von 25 Prozent im Jahr 1933 auf 70 Prozent im Jahr 1939. Wir aber hatten, und das war in weiser Voraussicht geschehen, den deutschen Journalismus so diszipliniert, dass wir in den entscheidenden Augenwickeln nicht den Markt zu befehlen brauchten. Ein leiser Wink genügt, um das Presse klarzumachen. Jetzt gibt's keine Diskussionen. Bei all dem stieg die Verschuldung des Deutschen Reiches von 12,9 Milliarden Mark 1933 auf 31,5 Milliarden 1938. Die hemmungslose Ausgabenwirtschaft der öffentlichen Hand bedrohte, wie die Reichsbank im Januar 1939 monierte, die Währungsstabilität ebenso wie den sozialen Frieden. Hitler antwortete mit der Entlassung Hjalmar Schachtz als Reichsbankpräsident. Zur Finanzierung der Staatsausgaben, vor allem der hemmungslosen Aufrüstung, wurde die Notenpresse in Gang gesetzt. Propagandistisch wirksame Projekte wie der Volkswagen, der im 1938 errichteten VW-Werk produziert werden sollte, von dem aber kein einziges Exemplar an einen der vorauszahlenden Volksgenossen geliefert wurde, dienten vor allem der Beschwichtigung aufkeimender Missstimmung. Gegen die seit dem Ersten Weltkrieg aus Polen zugewanderten Ostjuden hegten auch Menschen, die den assimilierten deutschen Juden vergleichsweise vorurteilsfrei gegenüberstanden, Ressentiments. Besonders bei der reaktionären Rechten blühte eine wirtschaftlich motivierte Hetze gegen die schon äußerlich den Eindruck von Rückständigkeit, Armut und sozialer Deklassierung erweckenden ostjüdischen Tagelöhner, Straßenhändler und Bettler. Sie wurden zu einem Ghetto-Dasein am Rande des Existenzminimums gezwungen. Das bösartige Klischee der jüdischen Fratze, auf Plakaten der Deutschen Nationalen Volkspartei schon zu finden, als die NSDAP noch Splitterpartei war, sollte zugleich die völlige Integration des emanzipierten jüdischen Bürgertums in die deutsche Gesellschaft aufhalten. Deshalb sahen selbst assimilierte Juden, vor allem konservativ-nationalbewusste, im Zustrom der Ostjuden eine Störung ihrer Interessen. Trotz dieses Zuzugs hatte der Anteil der Juden an der deutschen Gesamtbevölkerung schon seit 1880 ständig abgenommen. 1933 gab es nur noch 503.000 Juden in Deutschland. Das entsprach einem Bevölkerungsanteil von 0,76%. Wenn die antisemitische Propaganda es dennoch verstand, das Zerrbild jüdisch verseuchter Berufsgruppen, Gesellschaftsschichten und Stadtviertel zu zeichnen, so war dies die Folge einer Konzentration jüdischen Lebens in Großstädten. Allein in Berlin lebten 31% aller deutschen Juden. Hinzu kam die überdurchschnittliche Repräsentanz der Juden in einigen wenigen, aber sozial angesehenen Berufen. Vor allem unter Medizinern und Rechtsanwälten nahmen Juden eine besondere Stellung ein. Zweifellos prägten Juden das deutsche Wirtschaftsleben maßgeblich mit und schufen Hervorragendes in Wissenschaft und Kunst. Die Nazis machten von Anfang an keinen Hehl daraus, dass sie die Juden als störenden Fremdkörper im Reich betrachteten. Bereits am 1. April 1933, kurz nach der Machtergreifung also, organisierten die Nazis einen groß angelegten Boykott jüdischer Geschäfte. Nach drei Tagen musste die Aktion vorzeitig abgebrochen werden. Sparsame Hausfrauen hatten sich, trotz des latent vorhandenen Antisemitismus, gerade noch vor Beginn des Boykotts in billigen jüdischen Textilgeschäften und Kaufhäusern eingedeckt. Außerdem war das Echo im Ausland verheerend. Das hinderte aber die Nazis in den folgenden Jahren nicht daran, die Juden zu diskriminieren und ihnen Zulassungsverweigerungen für bestimmte Berufe wie Rechtsanwalt oder Kassenarzt auszusprechen. Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurden zunächst in Preußen, dann auch im übrigen Deutschland jüdische Beamte aus ihren Positionen gedrängt. Der Reichsparteitag der Freiheit 1935 versetzte den deutschen Juden dann den härtesten Schlag. Am 15. September verkündete Göring vor dem nach Nürnberg beorderten Reichstag das Reichsbürgergesetz, das zwischen Reichsbürgern deutscher oder artverwandten Blutes als Trägern der vollen politischen Rechte und künftig politisch rechtlosen, bloßen Staatsbürgern den Juden unterschied. Das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verbot Eheschließungen und Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden. Mit dem Attentat des 17-jährigen Herschel Grünspahn auf den Gesandtschaftsrat Ernst vom Rat in der Deutschen Botschaft in Paris am 7. November 1938 bot sich der NS-Führung eine ideale Gelegenheit, der aggressiven Judenpolitik eine neue, härtere Gangart zu geben. Was später unter dem beschönigenden Namen Reichskristallnacht in die Schreckenschronik der Nazis einging, war dreitägiger gesteuerter Pogrom. 91 Menschen wurden dabei ermordet, einige auf offener Straße. Selbst in kleinen Landgemeinden brannten Synagogen, jüdische Geschäfte wurden geplündert, ganze Familien misshandelt und 30.000 Juden wurden wie Vieh in Konzentrationslager gebracht. Sie sollen sich bieten! Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das breche Lügenmaul gestoppt werden! Die Reichskristallnacht eröffnete ein neues Stadium der NS-Rassenpolitik. Mit ihr begann die systematische ökonomische Ausbeutung und Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft. Hatten sie schon seit April 1938 sämtliches Vermögen über 5.000 Reichsmark anmelden müssen, so wurde ihnen nun eine Buße in Höhe von 1,12 Milliarden Reichsmark auferlegt. Und die Spirale der Demütigungen ging weiter. Nachdem Kinos, Parks und Schwimmbäder den Juden schon seit Jahren verboten waren, schränkte ein Judenbann ihre Bewegungsfreiheit weiter ein, Schlafwagen und bestimmte Hotels durften von ihnen nicht mehr benutzt werden, sämtlicher Schmuck war abzuliefern. Die Politik der Ausplünderung ging weiter. Wohlhabende Juden, die Deutschland verlassen wollten, mussten eine Auswandererabgabe zahlen. Bei der Volkszählung im Mai 1939 wurden im Reich noch 233.646 Juden gezählt. Bis Kriegsausbruch war ihre Zahl um annähernd 50.000 zurückgegangen. Etwa 10.000 Kinder hatten vor allem in England, Belgien und Holland vorübergehend Aufnahme gefunden, ehe die meisten von ihnen nach den USA und nach Palästina gebracht wurden. Im Frühsommer 1940 wurde die seit langem bekannte Idee, alle europäischen Juden auf die französische Kolonialinsel Madagaskar zu deportieren, vom Außenministerium aufgegriffen. Doch die Realität sollte diesen Plan bald ad absurdum führen. Seit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion gingen Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei, die bereits unter der polnisch-jüdischen Zivilbevölkerung gewütet hatten, zu planmäßigen Massenerschießungen über, denen bis 1942 über eine Million meist jüdischer Menschen zum Opfer fielen. Als sich am 20. Januar hohe Parteibeamte zu der später berüchtigt gewordenen Wannsee-Konferenz am Berliner Wannsee trafen, um Maßnahmen zur Entlösung der Judenfrage zu koordinieren, wurden bereits präparierte Gaswagen eingesetzt. Während im Osten ab Januar 1942 mit den Gaskammern der reinen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau dann auch Subibor und Treblinka die Mordmaschinerie anlief und schließlich mit Majdanek einen vorläufigen Höhepunkt erreichte, nahm die Ausgrenzung der Juden in Deutschland nochmals schärfere Formen an. Der Gelbe Stern machte ab dem 1. September 1941 auch die Juden im Reich für jeden auf Anhieb erkennbar. Wer den Stern trug, dem war so gut wie nichts mehr erlaubt. Wagte er sich auf die Straße, um in der genau festgelegten Zeit, das war in Berlin zwischen 16 und 17 Uhr die wenigen Dinge zu kaufen, für die er noch Lebensmittelkarten erhielt, begann häufig ein Spießrutenlaufen. Am 30. April 1943 wurde den Juden generell die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Der noch verbliebene Besitz fiel an den Staat. Zehntausende Juden wurden in das Vorzeigelager der Nazis in Theresienstadt in Nordböhmen umgesiedelt, das aber letztlich nichts anderes als eine Durchgangsstation auf dem Weg zu den Vernichtungslagern von Auschwitz und Treblinka war. Als Deutschland bedingungslos kapitulierte, hatten etwa 6 Millionen europäische Juden ihr Leben verloren, erschossen, erschlagen, erdrosselt und vergast. Der Holocaust, eine ungeheure Hypothek, an der die Deutschen bis heute tragen. Während die jüdische Bevölkerung hilflos passiv auf den Terror der Nazis reagierte, organisierten sich die Gegner des Regimes relativ schnell nach der Machtergreifung der Nazis. Ihr aktiver Widerstand begann unmittelbar nach der Machtübernahme in den Reihen der Arbeiterbewegung. Die Kommunisten, schon bald nach der Machtübernahme verboten, riefen sofort zur illegalen Organisation auf. Die SPD, die einzige Partei im Reichstag, die gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte, begann ebenfalls mit illegaler Propaganda. Auch die Widerstandsbewegung, die ihren Höhepunkt in dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 fand, reichte bis in die Vorkriegszeit zurück. Am Vorabend der Sudetenkrise trafen sich oppositionelle Offiziere, um Vorbereitungen zum Sturz Hitlers im Kriegsfalle zu treffen. Als dieser Plan aufgrund der unerwarteten Nachgiebigkeit der Westmächte scheiterte, nahmen diese Offiziere Verbindungen zu Hitlergegnern in den verschiedensten Lagern auf. Der sogenannte Kreisauer Kreis um Helmut von Moltke umfasste neben hohen Offizieren und Diplomaten auch Weimarer Politiker wie den deutschnationalen ehemaligen Oberbürgermeister von Leipzig Karl Friedrich Gördeler und ehemals maßgebende Sozialdemokraten und Gewerkschafter wie Wilhelm Leuschner, Julius Leber, sowie Vertreter der ehemaligen Zentrumspartei und der katholischen sowie evangelischen Kirche. Ein Gelingen des Umsturzes am 20. Juli hätte Millionen Menschen das Leben gerettet, kosteten doch die letzten Monate des Krieges mehr Opfer als die Jahre zuvor. Den Krieg wollte Hitler von Anfang an. Bereits 1933 befahl er den Vorrang der Wehrmacht. Sein Ziel war Lebensraum im Osten. Um das zu erreichen, musste er sich sogar mit seinem Todfeind Stalin am 23. August 1939 verbünden. Die Strategie dieses aufgezwungenen Umwegs hatte Hitler noch am 11. August Karl Jakob Burkhardt, dem Völkerbundskommissar für Danzig, erläutert. Alles, was ich unternehme, ist gegen Russland gerichtet. Wenn der Westen zu dumm und zu blind ist, dies zu begreifen, werde ich gezwungen sein, mich mit den Russen zu verständigen, den Westen zu schlagen und dann nach seiner Niederlage mich mit meinen versammelten Kräften gegen die Sowjetunion zu wenden. Ich brauche die Ukraine, damit man uns nicht wieder wie im letzten Krieg aushungert. Ohne Kriegserklärung überfiel die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 Polen. Und ich bin nun mit meiner Regierung zwei volle Tage da gesessen, habe gewartet. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Zwei Tage später erklärten England und Frankreich Deutschland den Krieg. Hitler war entsetzt. Damit hatte er nicht gerechnet. Zunächst lief alles nach Plan. Polen wurde in fünf Wochen überrannt. Der Mythos vom Blitzkrieg war geboren. Stalin ließ den östlichen Teil Polens besetzen. Um die Seeblockade der Engländer zu durchbrechen, marschierte die Wehrmacht im April 1940 in Dänemark und Norwegen ein. Am 10. Mai 1940 begann der Frankreich-Feldzug, wie im Jahre 1914 Unterbrechung der belgischen und holländischen Neutralität. Nach sechs Wochen kapitulierten die Franzosen. Hitler, auf dem Höhepunkt seiner Macht, ließ sich nun als größter Felder aller Zeiten feiern. »Gröfatz« kürzte das der Volksmund ab. »Göhepunkt«, 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 »Göhep Am 22. Juni 1941 überschritten 152 deutsche Divisionen, mehr als drei Millionen Mann, die Grenze zur Sowjetunion. Die Planer rechneten mit einem Feldzug von höchstens drei Monaten Dauer. Und zunächst sah es auch so aus, als könnten sie recht behalten. In großen Kesselschlachten erlitt Stalins Rote Armee Niederlage um Niederlage. Mehr als drei Millionen Gefangene wurden gemacht. Aber dann steckten die deutschen Ketten und Radfahrzeuge im Herbstschlamm fest. Früh setzte der Winter mit mörderischen Temperaturen ein, für die die deutschen Lanzer nicht ausgerüstet waren. 30 Kilometer vor Moskau blieb der Angriff der Wehrmacht stecken. Die Japaner hatten den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor überfallen. Drei Tage danach erklärten die Deutschen den Amerikanern den Krieg. Damit hatte sich ein ähnliches Szenario wie im Ersten Weltkrieg ergeben. Die Anti-Hitler-Koalition konnte langfristig über 75 Prozent aller materiellen Ressourcen verfügen. Der Krieg war spätestens nach der verheerenden Niederlage von Stalingrad, wo eine ganze deutsche Armee, 300.000 Soldaten, aufgerieben wurde, nicht mehr zu gewinnen. Übrigens nur 6.000 der Stalingrad-Kämpfer sollten nach dem Krieg die Heimat wiedersehen. Darunter auch Generalfeldmarschall Paulus, der Hitler nicht zu widersprechen wagte und die Chance zu einem Ausbruch aus der eingekesselten Stadt versäumt hatte. Jeder Deutsche noch in tausend Jahren muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Einen Krieg unter Anspannung aller Kräfte und Ausschöpfung aller Reserven hatten die Nationalsozialisten vermeiden wollen. Der Russland-Feldzug brachte aber die Wende. Bereits mit der Schlacht vor Moskau Ende 1941 wurde klar, dass die UdSSR nicht im Blitzkriegtempo zu besiegen war. Der Krieg wurde zum Material- und Verschleißkrieg, in dem das größere Wirtschaftspotenzial den Sieg erringen würde. Und das war eindeutig das der Alliierten. Um noch den Hauch einer Siegeschance zu haben, wurde Deutschland zur totalen Mobilisierung seiner Kräfte gezwungen. Willst ihr den totalen Krieg? Ja! Das nationalsozialistische Regime hatte sich nur zögernd entschlossen, diese Konsequenz zu ziehen. Die Totalisierung des Krieges vollzog sich schubweise und als Antwort auf vorangegangene Niederlagen. Nach der Wende vor Moskau, nach Stalingrad, nach dem endgültigen Verlust der strategischen Initiative im Osten und schließlich nach der Invasion und nach dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte. Die Welt ist im Osten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Gesicht Deutschlands veränderte sich. Insgesamt wurden etwa 4 Millionen Wohnungen im Reichsgebiet zerstört. Jede fünfte Wohnung war nicht mehr bewohnbar. 500.000 Menschen starben, 650.000 wurden verletzt. Ganze Städte wurden in Schutt und Asche gelegt. Hauptlast hatten die Gebiete im Nordwesten des Reiches zu tragen. Köln, Dortmund, Duisburg, Hamm und andere Städte verloren 60 bis 70 Prozent ihres Wohnraums. Essen, Düsseldorf, Bremen, Hannover, Gelsenkirchen, Bochum, Kiel und andere 50 bis 60 Prozent. Allein die militärisch völlig unsinnige Bombardierung Dresdens forderte mindestens 35.000 Opfer. Wahrscheinlich aber sogar mehr, weil sich während der Bombenangriffe ungezählte Flüchtlinge aus dem Osten in der Stadt aufhielten. Evakuierungen sollten die Zahl der Bombenopfer möglichst niedrig halten. Hamburg verlor auf diese Weise etwa 40 Prozent seiner Bevölkerung, Berlin 25 bis 30 Prozent. Evakuiert wurden vor allem die Kinder, die nicht berufstätigen Frauen, sowie Rentner, Pensionäre und Kranke. Die psychologischen Wirkungen des Bombenkrieges sind schwer abzuschätzen. Gewiss trat die von den Alliierten erhoffte Wirkung nicht ein, denn die Moral der Bevölkerung wurde nicht im erhofften Maße erschüttert. Hass und Erbitterung richteten sich nicht gegen das eigene Regime, sondern eher gegen den Feind, der Hunderttausende von Tonnen an Bomben über Deutschland abwarf. Dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Reiches folgte der Zusammenbruch der Geldwirtschaft. Die geräuschlose Kriegsfinanzierung, das heißt die Verschuldung des Staates bei den Geldinstituten und nicht direkt beim breiten Publikum, hatte ursprünglich gut funktioniert. Dieses System brach im November 1944 zusammen. Infolge der allgemeinen Unsicherheit wollte niemand sein Geld mehr zur Bank bringen. Der Staat wich immer mehr auf die Notenpresse aus und erhöhte damit den Bargeldumlauf. Von 29 Milliarden Reichsmark Ende August 1943 stieg er auf etwa 67 Milliarden Reichsmark bei Kriegsende. Die Gesamtschuld belief sich zu dieser Zeit auf etwa 380 Milliarden Mark. Bei drastisch verringertem Warenangebot kam immer mehr Geld in Umlauf, eine ideale Voraussetzung für den schwarzen Markt. Der schwarze Markt, so heißt es im Februar 1945 in einer Denkschrift des Finanzministeriums, habe eine Ausdehnung gewonnen, wie man sie bisher nur außerhalb der deutschen Grenze, in Ländern, die kurz vor dem Zusammenbruch standen, erlebt hat. Das Geld hatte seine Funktion verloren, Tauschäquivalent zu sein. Die Zigarettenwährung trat an seine Stelle. Als Hitler sich am 30. April im Keller der Reichskanzlei erschoss, lag Deutschland in Trümmern. Die Rote Armee hatte das völlig verwüstete Berlin erobert, die Amerikaner sich mit den Russen bei Torgau an der Elbe vereinigt. Eine Woche später unterzeichneten deutsche Generale die bedingungslose Kapitulation. Der Zweite Weltkrieg war Geschichte. Die Gegner des Deutschen Reiches befassten sich während des Krieges auf mehreren Konferenzen mit der zentralen Frage, wie es nach dem Krieg mit Deutschland weitergehen solle. Die Westalliierten, Amerika und Großbritannien, eroerterten dieses Problem und auch, wie das deutsche Volk nach der Kapitulation behandelt werden sollte, mehrfach allein und dann im Verbund der Großen Drei, also gemeinsam mit der Sowjetunion. Frankreich kam erst später hinzu. Die Idee, das besiegte Deutschland durch britische, amerikanische und sowjetische Truppen zu besetzen und seine Industrie international überwachen zu lassen, ist zum ersten Mal vom damaligen US-Außenminister Cordell Hull 1943 in Moskau vorgeschlagen worden. Doch kam eine detaillierte Einigung darüber zunächst nicht zustande. An seiner Forderung nach bedingungsloser Kapitulation des Deutschen Reiches hielt Franklin D. Roosevelt, der amerikanische Präsident, seit der Konferenz von Casablanca im Januar 1943 allerdings unverrückbar fest. Der britische Kriegspremier Winston Churchill hatte demgegenüber mit seiner Vorstellung, der Westen müsse sich schon im Krieg gegenüber der Sowjetunion möglichst viele Faustpfänder verschaffen, zum Beispiel Berlin, Sachsen, Thüringen, gegenüber Roosevelt keine Chance. Der amerikanische Präsident wollte seinen Kriegsverbündeten Stalin bei guter Laune halten und war zu beträchtlichen Zugeständnissen bereit. Eine Politik, die der Westen noch bitter bereuen sollte. Bei der Übernahme der obersten Regierungsgewalt in Deutschland im Juni 1945 waren sich die Alliierten eigentlich nur über die Prinzipien der Besatzungspolitik einig. Präsident Roosevelt war zwar von der Notwendigkeit der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit der Völker und vom Fortschritt für die vom Nationalismus und Kolonialismus unterdrückten Nationen überzeugt, Andererseits aber richtete er seine Außenpolitik auch nach den Grundsätzen amerikanischer Sicherheitsinteressen aus. Für ihn galt das Denkschema, dass die USA bedroht seien, sobald eine expansiv sich gebärdende Großmacht auf dem europäischen Kontinent oder in Ostasien auftrat. Angesichts des Dritten Reiches vermochte Roosevelt seine Ideale mit seinen pragmatischen Vorstellungen gut zu verbinden. Anders stellte sich die Lage für ihn in dem Augenblick dar, in dem Deutschland besiegt war. Förderte nicht der Niedergang des Reiches den Aufstieg der Sowjetunion zu einer Großmacht? Konnten die USA schon während des Krieges Maßnahmen zur Eindämmung der Sowjetunion ergreifen, ohne das Misstrauen dieses wertvollen Verbündeten hervorzurufen? Roosevelt dachte also nicht nur im Rahmen einer europäischen, sondern einer weltweiten Gleichgewichtspolitik. Danach sollten die Sowjetunion und Großbritannien als Rivalen gegeneinander ausbalanciert werden und die USA die Aufgabe des Schiedsrichters zwischen beiden übernehmen. Im Krieg war er jedoch bereit, Pläne hinsichtlich des globalen Gleichgewichts im Interesse des guten Einvernehmens zwischen den Alliierten bis nach dem Sieg zu verschieben. Die Sowjetunion ging in ihren ideologischen Überlegungen von einem unüberbrückbaren Gegensatz zwischen der kapitalistischen und der sozialistischen Welt aus. Sie sah zwar eine Chance, endgültig der Weltrevolution zum Sieg zu verhelfen, fürchtete jedoch die Stärke der USA, vor allem die Atomwaffen. Sie richtete sich daher in ihrem tagespolitischen Vorgehen nach den Grundsätzen vorsichtiger Macht- und Interessenpolitik. Beide Motive bewogen Stalin, sich ab 1944 allmählich von seinen Verbündeten zu distanzieren, denn erst die Distanz erlaubte ihm, einen die Sowjetunion absichernden Gürtel von abhängigen Satellitenstaaten an der Westgrenze zu schaffen. Überdies vermochte er so den bisher verdeckten ideologischen Gegensatz von westlichem und östlichem Gesellschaftssystem zu betonen. So legte es Stalin darauf an, Gewinne aus dem Niedergang Deutschlands zu ziehen, war aber nicht bereit, deshalb vor Kriegsende Auseinandersetzungen mit den USA heraufzubeschwören. Die Behandlung Deutschlands hing für ihn also von der Stärke der amerikanischen Reaktion auf seine Vorstöße ab. Auf jeden Fall aber wünschte er eine Verschiebung der russischen Grenze nach Westen, auf Kosten der Polen. Die wiederum sollten mit deutschen Gebietsabtretungen entschädigt werden. Die Europapolitik Großbritanniens war unter Premierminister Winston Churchill, seit sich die Niederlage des Deutschen Reiches abzeichnete, von der Sorge vor der künftigen russischen Vormachtstellung auf dem Kontinent geprägt. Da sein Land zu schwach war, um sich allein gegen die Sowjetunion zu behaupten, sah Churchill es als Ziel seiner Politik an, die Amerikaner an Westeuropa zu binden. Er wollte so das Empire entlasten und es vor dem Druck aus dem Osten bewahren. Lediglich der Krieg scheint Churchill davon abgehalten zu haben, den in diese Überlegungen passenden Plan eines europäischen Zusammenschlusses frühzeitig vorzulegen. Er suchte jedoch nach Möglichkeiten, wenigstens einen Teil der deutschen Wirtschaftskraft zu erhalten und traf sich in dieser Frage mit den Vorstellungen von Wirtschaftskreisen in den USA, die Deutschland als Industriestaat in den westlichen Interessenbereich einbeziehen wollten. Solchen gemäßigten Planungen standen nun wiederum Auffassungen des amerikanischen Finanzministers Henry Morgentow Jr. gegenüber. Er gehörte der Denkschule der sogenannten Wansitatisten an, benannt nach dem britischen Unterstaatssekretär Robert G. Wansitat. Dieser hatte schon früh die Meinung vertreten, die Expansionspolitik Hitlers sei eine konsequente Folge der deutschen Geschichte und des dabei entstandenen deutschen Nationalkarakters. An diese These anlehnend ließ der US-Finanzminister Anfang September 1944 den sogenannten Morgentau-Plan bekannt geben, der die Vernichtung der gesamten deutschen Rüstungsindustrie, ferner die Abtretung Ostpreußens, des südlichen Schlesiens, des Saarlandes sowie der Gebiete zwischen Mosel und Rhein und die Teilung des Reichs in zwei Staaten vorsah. Der Lebensstandard der Deutschen sollte drastisch gesenkt werden. Morgentau gewann im September 1944 vorübergehend die Zustimmung Roosevelts, dem er einreden konnte, dass die Zerschlagung des Reiches die wirtschaftliche Stellung Großbritanniens stärke und dessen Widerstandskraft gegen die Sowjetunion erhöhe. Das amerikanische Außenministerium übernahm ebenfalls einige Formulierungen des Morgentau-Plans, milderte deren Inhalt jedoch besonders in den wirtschaftlichen Bestimmungen ab. Die Konferenz von Yalta im Februar 1945 sollte die Deutschlandfrage endgültig lösen. Dort zeigte sich Stalin, der Gastgeber, als unnachgiebig. Die Staatschefs einigten sich zwar auf Zonengrenzen im eroberten Deutschland und auch die Franzosen wurden nachträglich mit einbezogen, doch die Zonen waren als Provisorien gedacht, die sich in der Folge allerdings als ziemlich dauerhaft erweisen sollten. Die verwickelten Fäden der alliierten Deutschlandpolitik liefen auf der Konferenz von Potsdam vom 17. Juli bis 2. August 1945 zusammen. Jetzt mussten Entscheidungen getroffen werden, da das Reich inzwischen vollständig besetzt worden war und die einzelnen Militärregierungen dringend verbindliche Richtlinien benötigten. Beginn und Verlauf der Konferenz waren schwierig. Die Sowjetunion hatte Polen zuvor die Gebiete östlich der Oder und Neiße übergeben und damit vollendete Tatsachen geschaffen. Außerdem war bekannt, dass sie die gewaltige Summe von 20 Milliarden Reichsmark-Reparationen forderte, was vermutlich eine wirtschaftliche Katastrophe in Mitteleuropa zur Folge haben musste. Aber auch in den USA war das politische Klima umgeschlagen. Nach dem Tod Präsident Roosevelt's trugen beunruhigende Berichte der amerikanischen Botschaft in Moskau dazu bei, dass sich in Washington ein härterer Kurs gegenüber der Sowjetunion durchzusetzen begann. So brachen auf der Konferenz von Potsdam im Juli 1945, auf der die deutsche Frage geregelt werden sollte, die Gegensätze offen aus. Zudem zeigte sich Churchills Nachfolger, der gerade gewählte britische Premierminister Clement R. Attlee, unerbittlich gegenüber Stalins Verlangen nach einer Beteiligung an der Kontrolle des Ruhrgebietes. Die Alliierten gelangten daher in ihrer gemeinsamen Erklärung vom 2. August 1945 lediglich zu einem Minimalkonsens. Einig waren sie sich in ihren Maßnahmen zur Ausmerzung des Nationalsozialismus und des deutschen Militarismus. Keine gemeinsame Vorstellung besaßen sie in der Frage des künftigen Aufbaues der deutschen Gesellschaft und des Staates. Sie wollten die Deutschen zwar zur Demokratie erziehen, ferner Parteien und Parlamente erlauben und das staatliche Leben von der Gemeinde her sich entfalten lassen, aber sie besaßen keine übereinstimmende Vorstellung von Demokratie. Sie vereinbarten auf dem Gebiet der Wirtschaft die Entflechtung der Konzerne, Syndikate und Kartelle sowie die vordringliche Entwicklung der Landwirtschaft. Ein einheitliches Konzept der Gesamtplanung entwarfen sie jedoch nicht. Einschneidend war ihre Abmachung, die deutsche Bevölkerung aus Ungarn, der Tschechoslowakei, Polen sowie aus den Gebieten östlich von Oder und Görlitzer Neiße auszusiedeln. Allerdings hatten die vier Mächte in Potsdam keineswegs die Teilung Deutschlands noch nicht einmal die Zerstörung der Wirtschaftseinheit beschlossen. Die Grenzen des Reiches sollten endgültig erst in einem Friedensvertrag festgelegt werden. Nach der Konferenz kamen jedoch schon bald Entwicklungen in Gang, die diesen Abmachungen entgegenwirkten. Zum einen tauchten zwischen den Westmächten und der Sowjetunion Spannungen hinsichtlich der Lage in China, im Iran und auf dem Balkan auf. Zum anderen verfolgten die einzelnen Militärregierungen in Deutschland recht unterschiedliche Interessen. Damit schwanden auch die Ansätze einer einheitlichen Politik. Jede einzelne Besatzungsmacht verfuhr in wachsendem Maße im eigenen Gebiet nach eigenen Vorstellungen, die sich oft an heimischen Vorbildern orientierten oder das Ergebnis von Spannungen innerhalb der Besatzungsbehörden waren. Das Bündnis, das die Feindschaft gegen Hitler bisher zusammengehalten hatte, begann sich aufzulösen. Die Stunde Null hatte für das deutsche Volk geschlagen. Noch nie seit dem Dreißigjährigen Krieg lag das Land so am Boden wie im Frühjahr 1945. Das Dritte Reich war in einem bislang unvorstellbaren materiellen und moralischen Zusammenbruch untergegangen. Die Politik der Siegermächte zerschnitt das deutsche Territorium und die Potsdamer Erklärung sanktionierte die Vertreibung von Millionen Menschen aus den deutschen Ostgebieten. Das zerfallene Staatswesen, das die Militärregierung zu ordnen bemüht war, bot keine Sicherheit. Es gab nicht einmal mehr einen nennenswerten Wirtschaftsaustausch zwischen dem Industriestaat Deutschland und seinen unmittelbaren Nachbarn. Ein Teil der Bevölkerung, Flüchtende, Vertriebene, Evakuierte und Soldaten, wanderte zu Fuß, zog auf Karren oder Viehwaggons umher und suchte nach Angehörigen. Da Einwohnermeldeämter fehlten, kritzelte man die eigene neue Adresse an die Ruinenwand der alten Wohnung, um nachkommenden Verwandten so ein Lebenszeichen zu geben. Der Zustrom von etwa 12 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen vergrößerte das Wohnungselend noch. Wo 1939 vier Deutsche gewohnt hatten, mussten nun zehn unterkommen. Im Gebiet der drei Westzonen warteten eine Million ehemaliger Fremdarbeiter auf die Rückkehr in ihre Heimat. Die Zustände waren chaotisch. Es fehlte an Kleidung und teilweise an der primitivsten Versorgung mit Verbrauchsgütern. Die Menschen lebten am Rande des Existenzminimums. In der Lebensmittelversorgung hielten Experten Tagesrationen von 2650 Kalorien für nötig. Die offizielle Zuteilung laut Lebensmittelkarte bewegte sich bei 1500 Kalorien. Und was die Deutschen in Wirklichkeit bekamen, waren oft weniger als 1000 Kalorien am Tag. In Köln erreichten damals nur 12 Prozent der Kinder normales Gewicht. Ende 1946 wurden in Hamburg 100.000 Fälle von Hungerödemen festgestellt. Die Jahre schwerster Entbehrungen endeten erst nach der Währungsreform 1948. Die Bauern horteten teilweise ihre Produkte und versuchten, der Erfassung durch die Ernährungsämter zu entgehen. Die Wohnungsnot war so groß, dass die Briten zum Beispiel zeitweise erwogen, einige Städte vollständig zu räumen und die Evakuierten auf dem Lande unterzubringen. Die Menschen klammerten sich jedoch an ihre erbärmlichen Behausungen in Bretterbuden, Wellblechhütten und Kellern, sodass die Militärregierung von diesem Plan Abstand nahm. Schulunterricht fand häufig in ehemaligen Luftschutzbunkern statt. Brennstoffe fehlten und so verheizte man vielfach auch das Holz der Bäume aus öffentlichen Parkanlagen. Im besonders harten Winter 1946-47 wurden alliierte Kohlenzüge geplündert. Der Schwarzhandel unterlief jede vernünftige Bewirtschaftung. Die Besitzer von Sachwerten, ja selbst Behörden, ließen sich vielfach nur auf den Tausch von Ware gegen Ware ein. Ohne Bezugsschein war die Reichsmarkwährung praktisch wertlos. Aber Arbeitslöhne und Gehälter wurden weiter in dieser Währung gezahlt. Für den Geschäftsverkehr außerhalb des amtlichen Zahlungssystems bildete sich bald eine Relation heraus, die sich am Preis für amerikanische Zigaretten orientierte. Je nach Zeit und Ort verschieden betrug der Gegenwert für eine Zigarette 5 bis 15 Reichsmark. Der durchschnittliche Wochenlohn eines deutschen Arbeiters reichte also in jenen Jahren eben aus, um ein Päckchen Zigaretten auf dem schwarzen Markt zu bezahlen. Oft wurden die Schwarzmarkt- und Kompensationsgeschäfte aus alten Beständen des Staates gespeist, die geplündert worden waren, oder die Waren kamen aus den Depots der Besatzungsmächte, deren Personal sich nicht selten korrumpieren ließ. Die deutsche Bevölkerung trug darüber hinaus schwer an der moralischen Belastung der Nation. Die Öffnung der Konzentrationslager und Gefängnisse förderte in der ersten Nachkriegszeit ständig neue Verbrechen zutage, die von den Nazis an der jüdischen Bevölkerung Europas in besetzten Gebieten und gegenüber politischen Gegnern verübt worden waren. Angesichts der ungeheuren Gräuel erblickte die gesamte Außenwelt in den Deutschen die Verkörperung alles Bösen. Mit solchem kollektiven Schuldverwurf mochte sich jedoch der Großteil der Deutschen nicht abfinden. Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, in dem die Alliierten Sieger von November 1945 bis Oktober 1946 zu zwölf Todesurteilen gegen ehemalige NS-Größen kamen, fand zwar im Grunde allgemeine Zustimmung. Martin Bormann, Hitlers allmächtiger Sekretär, wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Hermann Göring, der Meier heißen wollte, wenn auch nur ein feindliches Flugzeug über Deutschland auftauchen sollte, entzog sich seiner Hinrichtung durch Gift. Die nachfolgenden Prozesse aber, in denen Leute auf der Anklagebank saßen, nur weil sie bestimmten Schichten angehört hatten, weil sie zum Beispiel im auswärtigen Dienst oder führende Industrielle gewesen waren, stießen dagegen auf Kritik und Widerwillen, vor allem bei den Intellektuellen. Unter dieser groben Schematisierung litt auch das Verfahren der Entnazifizierung, bei dem das deutsche Volk sich auf alliierte Anordnung hin selber vom Nationalsozialismus reinigen sollte. Manche private Rechnung wurde in jener Zeit ausgetragen. In unzähligen Prozessen erwies es sich zudem als geradezu unmöglich, zwischen gutgläubigen Mitläufern und wirklichen NS-Fanatikern zu unterscheiden. Die Entnazifizierung wurde schließlich eingestellt, und zahlreiche Überzeugungsnazis kamen ungeschoren davon. Katastrophal war die Bilanz der Menschenverluste im Zweiten Weltkrieg. Über 20 Millionen Sowjetbürger mussten ihr Leben lassen. Sechs Millionen Juden wurden in den Gaskammern des Dritten Reiches ermordet, 4,5 Millionen Polen, 1,6 Millionen Jugoslawen erschossen, erhängt oder von Granaten zerfetzt. Und Deutschland, diesmal im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg tatsächlich der Kriegsauslöser, hatte 5,2 Millionen Gefallene zu beklagen. Das Leben nach dem Zusammenbruch begann sich allmählich wieder zu organisieren. Die amerikanische und britische Besatzungszone wuchsen zur B-Zone zusammen. Nur die Russen und Franzosen wollten vorerst von einer Vereinigung nichts wissen. Amerikaner und Briten, die kein Interesse daran hatten, ihre Zonen in einem Umfang auszuplündern, wie es die Russen taten, machten Front gegen den vormaligen Verbündeten. Sie wollten den Westen Deutschlands als Bollwerk gegen den Kommunismus ausbauen. Nach der gescheiterten Konferenz der Außenminister im Frühjahr 1947 in Moskau boten die Vereinigten Staaten allen europäischen Staaten Dollarhilfe zum Aufbau ihrer dann niederliegenden Wirtschaft an. Die Sowjetunion und ihre Satelliten, wie die kommunistischen Länder nun in der Sprache des Kalten Krieges hießen, lehnten erwartungsgemäß ab. Übrig blieben 16 europäische Staaten sowie ein Territorium, das in keine völkerrechtliche Kategorie einzuordnen war, die Vereinigte Britische Amerikanische Besatzungszone Deutschlands. Statt zu Reparationen verurteilt zu werden, wie ihre Landsleute in der Ostzone, wurden die Westdeutschen aufgenommen in den Club der Wohlfahrtsempfänger. Das amerikanische Hilfsprogramm, nach dem damaligen US-Außenminister George Marshall, schlicht Marshallplan genannt, war ebenso einfach wie wirkungsvoll. Es sah vor, innerhalb von zwei Jahren die europäische Vorkriegsproduktion mindestens zu erreichen, in bestimmten Branchen jedoch erheblich zu übertreffen. Oberster Grundsatz war die Selbsthilfe der Europäer. Die Dollarspritzen wurden nur gezielt und nach sorgfältiger Prüfung vergeben. Nach diesem außerordentlich effizienten System pumpten die USA in vier Jahren 12,4 Milliarden Dollar in die kollabierende europäische Wirtschaft. Das reichte aus, um Westeuropa wieder auf die Beine zu bringen und ihm so viel Schub zu verleihen, dass es die nächste Etappe zum Wirtschaftswunder aus eigener Kraft schaffte. Die Bildung des westlichen Wirtschaftsblocks und die Übernahme der politischen Führungsrolle durch die USA veranlasste Stalin zur Wiedererrichtung einer Kommandozentrale für alle kommunistischen Parteien. Im Herbst 1947 wurde das Komm in Form in Moskau gegründet. Russland fühlte sich durch den imperialistischen Westen bedroht, und das war sogar verständlich. Die Sowjetunion war vom Krieg ebenso ruiniert wie Mitteleuropa, während die Vereinigten Staaten über ein Wirtschaftspotenzial verfügten, wie es die Welt bisher noch nicht gesehen hatte. Die Teilung Deutschlands verstärkte dieses Ungleichgewicht noch. Die Westmächte entzogen das westdeutsche Wirtschaftspotenzial sowjetischen Reparationsansprüchen und integrierten es stattdessen in das Wiederaufbauprogramm des Marschallplans. So wurde Deutschland eben erst aus der Katastrophe Faschismus und Zusammenbruch erwacht zur Hauptarena des Kalten Krieges. Noch gab es den alliierten Kontrollrat in Berlin, der das Land regieren sollte, aber die ehemals Verbündeten hatten sich nicht mehr viel zu sagen. Wenn es eine letzte Chance innerdeutscher Verständigung vor der staatlichen Teilung – die 40 Jahre dauern sollte – gab, dann im Juli 1947 in München. Damals fand die erste und einzige Konferenz aller deutschen Länderchefs statt. Sie scheiterte wie die vorangegangene Konferenz der Besatzungsmächte in Moskau. Die Initiative zu diesem Treffen ging von Bayerns Ministerpräsident Hans Ehart aus. Er lud seine Kollegen aus allen vier Zonen nach München ein, um ein weiteres Abgleiten des deutschen Volkes in ein rettungsloses wirtschaftliches und politisches Chaos zu verhindern. Es war ein sensationelles Ereignis. Über 200 Reporter aus aller Welt waren nach München gereist. Doch die Konferenz platzte schon am Vorabend ihrer offiziellen Eröffnung. Fast alle westlichen Konferenzteilnehmer behaupteten später, die Ostzonenvertreter hätten das Treffen vorsätzlich scheitern lassen. Wenn dem so war, so haben es ihnen die Westzonen sehr leicht gemacht. Sie weigerten sich, die Leute von drüben anzuhören. Denn, so eigenartig das heute auch klingen mag, die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die unter sowjetischem Einfluss vereinigten Kommunisten und Sozialdemokraten der Sowjetzone, trommelten eifrig für die deutsche Einheit. Schon im September 1946, kurz nach ihrer Gründung, hatten sie einen Verfassungsentwurf vorgelegt, der mit den Worten begann, Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik. Das Gebiet der Republik besteht aus den Gebieten der deutschen Länder. Es gibt nur eine Staatsangehörigkeit der deutschen Republik. 20 Jahre später wäre jede westdeutsche Bundesregierung glücklich gewesen, mit einer ostdeutschen Delegation in München über die Wiedervereinigung zu sprechen. 1947 war die Mehrheit aber froh über den Bruch. Es dauerte genau 23 Jahre, bis sich wieder zwei deutsche Regierungschefs aus Ost und West an einen Tisch setzten. Von einer gesamtdeutschen Regierung und einem gesamtdeutschen Staat war da allerdings nicht mehr die Rede. Und es dauerte dann noch einmal 19 Jahre, bis es schließlich doch zur Einheit kam. Der Entschluss, aus den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands einen Staat zu bilden, war ein politisches Abenteuer. Es gab von Napoleons kurzlebigem Rheinbund abgesehen kein historisches Vorbild für diesen Staat. Er war ein Gebilde aus der Retorte des Kalten Krieges. Er erstreckte sich in grotesker geografischer Form über fast 1000 Kilometer von Nord nach Süd, während er in der durchschnittlichen Breite knapp 300 Kilometer maß. Er ignorierte nicht nur die landsmannschaftlichen und historischen Bindungen in Nord- und Mitteldeutschland, sondern er zerschnitt auch die traditionellen, auf Berlin ausgerichteten Ost-West-Achsen in Wirtschaft und Verkehr. Eine Nord-Süd-Achse westlich der Elbe existierte nicht, weder politisch noch wirtschaftlich. Erst Jahrzehnte später wurden Nord-Süd-Strecken für Auto und Eisenbahn gebaut. Friesen und Oberbayern hatten weniger gemeinsam als Holsteiner und Mecklenburger, zwischen denen jetzt eine Grenze gezogen worden war. Ein natürliches Zentrum, auf das sich der westdeutsche Staat hätte ausrichten können, gab es nicht. Frankfurt lag zwar in der geografischen Mitte, aber die Metropolen an den Rändern hatten größeres Gewicht, im Norden Hamburg, im Süden München, im Westen Köln und Düsseldorf. So besaß die gedachte Republik im Grunde nichts, was sie aus eigener Kraft zusammenhalten und zum Staat hätte machen können. Doch mit solchen Überlegungen hielten sich die alliierten Gründerväter nicht auf. Sie hatten im Übrigen gar nicht vor, ihr Kind allzu schnell zu Kräften kommen zu lassen und es zur Selbstständigkeit zu erziehen. Sie rechneten im Gegenteil mit einer jahrzehntelangen Kontroll- und Aufsichtsperiode. Der Zeugungsakt fand kurz nach Neujahr 1948 im Anschluss an die gescheiterte Vier-Mächte-Konferenz in der amerikanischen Botschaft in London statt. Es war ein inoffizielles Dinner, zu dem die Außenminister Marshall und Bevin ihre Militärgouverneure in Deutschland, die Generale Clay und Sir Brian Robertson, geladen hatten. Auf dieser Geheimkonferenz erhielten die beiden Pro-Konsulen Order unverzüglich mit dem Aufbau einer Staatsorganisation in der Doppelzone zu beginnen. Die Minister erklärten den Gouverneuren, dass nun auch Frankreich bereit sei, über eine Verschmelzung seiner Zone mit der B-Zone zu verhandeln, vorausgesetzt, dass die Ruhefrage in befriedigender Form geklärt werde. Doch darauf wollte man nicht warten. Die Militärgouverneure sollten vielmehr schon jetzt alle notwendigen Schritte einleiten. Die Sprengung des Alliiertenkontrollrats und die Blockade Berlins waren von vornherein einkalkuliert. Clay und Robertson verließen London wie Armeeführer, die mit detaillierten Offensivplänen in der Tasche ihre Kommandozentralen beziehen. Damit waren die Positionen zur größten politischen Schachpartie seit Ende des Krieges gegeben. Die Züge folgten jetzt Schlag auf Schlag. Innerhalb eines halben Jahres stampften die beiden Militärgouverneure die Strukturen eines neuen deutschen Staates aus dem Boden. Der erste Schritt war der Ausbau der B-Zonen-Verwaltung zu einem vollwertigen Parlament mit einer Art Regierung auf Probe, wenn auch beschränkt auf die wirtschaftlichen Ressorts. Die ursprüngliche Zwei-Zonen-Verwaltung war schon im Sommer 1947 reorganisiert worden. Damals wurden die auf fünf Städte verteilten Verwaltungsräte in Frankfurt konzentriert und durch ein Mini-Parlament von 52 Mitgliedern ergänzt. Aber auch diese Konstruktion erwies sich als wenig wirksam. Die wirtschaftliche Situation in Westdeutschland erreichte 1947 den absoluten Tiefpunkt seit Kriegsende. Hunger, Streiks, Produktionsstillstand und totaler Währungsverfall bildeten den Kreislauf des Elends. Die Lebensmittelrationen betrugen in der 100. Zuteilungsperiode im April 1947 in der Stadt Essen pro Woche 2,4 Kilo Brot, 45 Gramm Fett, 100 Gramm Fleisch, 40 Gramm Käse, 580 Gramm Nährmittel. Kartoffeln waren nicht vorgesehen. Der Gründungsbefehl für die Bundesrepublik Deutschland erging sechs Tage nach Ausbruch der Berliner Blockade. Am 1. Juli 1948 zitierten die Generale Clay, Robertson und König die Ministerpräsidenten ihrer Zonen ins amerikanische Hauptquartier nach Frankfurt. Im großen Sitzungssaal des IG Farbenhauses lasen sie ihnen, jeder abwechselnd, drei Dokumente vor. Die Ausführungsbestimmungen der Londoner Empfehlungen. Dokument Nummer 1 ordnete die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung innerhalb von zwei Monaten an. Sie sollte eine Verfassung föderalistischen Typs schaffen, die am besten geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wiederherzustellen. Die Verfassung sollte die Rechte der Länder schützen, eine angemessene Zentralinstanz schaffen und die demokratischen Bürgerrechte garantieren. Sie sollte durch eine Volksabstimmung ratifiziert werden. Dokument Nummer 2 ordnete die Neugliederung der durch die französisch-amerikanische Zonengrenze zerrissenen Länder im Südwesten an. Dadurch sollte das Ungleichgewicht zwischen den großen und kleinen Bundesländern beseitigt werden. Dokument Nummer 3 kündigte den Deutschen ein Besatzungsstatut an und machte ihnen klar, dass der neue Staat nur eine sehr beschränkte Souveränität genießen werde. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Karl Arnold von der CDU, schlug Bonn vor. Es sprach nichts dafür, aber auch nichts dagegen. Es ging ja nur um einen Tagungsort. Erst später entdeckten die meisten, dass Karl Arnold seinem Parteivorsitzenden Konrad Adenauer einen Gefallen getan hatte. Bonn war die nächstgelegene Stadt zu Adenauers Wohnsitz, Röndorf. So traten denn pünktlich am 1. September 1948 die 65 Mitglieder des Parlamentarischen Rats und fünf Berliner Beobachter in Bonn zusammen. Es war eine denkwürdige Versammlung. Der dritte deutsche Versuch, einen demokratischen Staat zu gründen. Der erste war genau 100 Jahre zuvor von den deutschen Fürsten zerschlagen worden. Der zweite scheiterte 1933 aus Mangel an Demokraten. Dieser dritte Anlauf war von den westlichen Siegern angeordnet worden. Der CDU-Vorsitzende Konrad Adenauer wurde zum Präsidenten des Parlaments gewählt. Nach schier endlosen Debatten legten die Parlamentarier am 11. Februar 1949 den Militärgouverneuren ihre Verfassung vor. Die Alliierten trauten ihren Augen nicht. Was der Parlamentarische Rat ausgearbeitet hatte, verletzte die gesteckten Grenzen ganz frappant. In einer barschen Antwortnote reichten die Militärgouverneure den Deutschen das Grundgesetz wie eine mangelhafte Examensarbeit zurück, da zahlreiche Bestimmungen vom Gebot des Föderalismus abwichen. Doch die Deutschen stellten sich stur, sie weigerten sich, Änderungen vorzunehmen. Die Militärgouverneure mussten auf Geheiß ihrer Außenminister nachgeben, denn die Zeit drängte. Am UN-Sitz in New York waren Geheimverhandlungen mit den Russen zur Aufhebung der Blockade im Gange. Eine neue Vier-Mächte-Konferenz wurde anvisiert. Bis dahin sollte der westdeutsche Staat gegründet und die Sowjetunion vor eine vollendete Tatsache gestellt werden. Auf einer letzten Marathonsitzung in Frankfurt billigten die Militärgouverneure den vorliegenden Entwurf ohne wesentliche Änderungen. Genau vier Jahre nach der Kapitulation des Deutschen Reiches, am 8. Mai 1949, verabschiedete der Parlamentarische Rat die Verfassung, die er nicht so nennen wollte. Man einigte sich also auf den neutralen Begriff Grundgesetz. Gegen das Grundgesetz stimmten nur die Nationalistische Deutsche Partei, die KPD und sechs von acht CSU-Abgeordneten, denen die neue Ordnung zu zentralistisch war. Als letzte Hürde musste das Grundgesetz die Landtage der Bundesländer passieren. Nur Bayern verweigerte die Zustimmung, aus demselben Grund wie die CSU-Abgeordneten in Bonn. Zur Ratifizierung genügten jedoch zwei Drittel der Bundesländer. Am 23. Mai wurde das Grundgesetz verkündet. Der erste Deutsche Bundestag wurde am 14. August 1949 gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,5 Prozent. Am 15. September wählte der Bundestag den ersten Bundeskanzler, den CDU-Abgeordneten Dr. Konrad Adenauer. Er erhielt 202 Stimmen. Er war mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Mit der eigenen, wie Adenauer später zugab. Ein Jahr zuvor war die Währungsreform durchgeführt worden. Am 20. Juni 1948 wurde die bislang gültige, aber wertlose Reichsmark und die alliierte Militärmark durch eine deutsche Mark ersetzt. Altgeldnoten und Münzen mit einem Nennwert bis zu einer Mark durften mit einem Zehntel ihres Wertes in Umlauf bleiben. Jeder Bewohner der drei Westzonen erhielt einen Kopfbetrag von 60 Mark, wovon 40 Mark sofort ausgezahlt wurden, die restlichen 20 Mark einen Monat später. Altgeldguthaben und Forderungen wurden im Verhältnis von 10 zu 1 umgestellt. Die Währungsreform, die die Besatzungsmächte ohne deutsche Beteiligung geplant hatten, sogar die neuen Banknoten waren in den USA gedruckt worden, überraschte die Finanzwelt und entsprach auch nicht den deutschen Wünschen. Viele hielten das Umwandlungsverhältnis von 10 zu 1 für zu hart. Besitzer von Sachwerten wurden eindeutig begünstigt. Die Menschen, die stundenlang nach der neuen Mark angestanden hatten, glaubten am Tag danach ihren Augen nicht. Es war, als ob die Heinzelmännchen über Nacht den Tisch gedeckt hätten. Wo waren die Sachen vorher nur gewesen, die sich jetzt in Schaufenstern und Regalen der Geschäfte türmten? Nicht der alte Ramsch, den es in den Jahren der Entbehrung stets reichlich gegeben hatte. Nein, Kochtöpfe, Fahrräder, Schnürsenkel, Glühbirnen, kurz Dinge, nach denen sich die Menschen nach dem Krieg die Hacken abgelaufen hatten, waren jetzt im Angebot. Und die Händler, die noch in der Woche zuvor jeden Kunden mürrisch beäugt hatten, überschlugen sich nun geradezu vor Freundlichkeit. Es war wirklich wie ein Wunder. Ein jahrelang angestauter Konsumbedarf brach sich nun warm. Viele Konsumenten steigerten sich in einen Warenkaufrausch. Und die Händler hatten nichts Eiligeres zu tun, als mit den frisch verdienten D-Mark sich bei Großhandel und Produzenten mit neuen Waren einzudecken. Der Geldumlauf erreichte eine atemberaubende Geschwindigkeit. Ludwig Erhard, der Direktor des von den westlichen Besatzungsmächten eingerichteten Frankfurter Wirtschaftsamtes, später als Vater der sozialen Marktwirtschaft gefeiert, verkündete gleichzeitig das Ende der Preisbindung. Die Gegner des Deutschen Reiches befassten sich während des Krieges auf mehreren Konferenzen mit der zentralen Frage, wie es nach dem Krieg mit Deutschland weitergehen solle. Die Westalliierten, Amerika und Großbritannien, erörterten dieses Problem und auch, wie das deutsche Volk nach der Kapitulation behandelt werden sollte, mehrfach allein und dann im Verbund der Großen Drei, also gemeinsam mit der Sowjetunion. Frankreich kam erst später hinzu. Die Idee, das besiegte Deutschland durch britische, amerikanische und sowjetische Truppen zu besetzen und seine Industrie international überwachen zu lassen, ist zum ersten Mal vom damaligen US-Außenminister Coddell Hull 1943 in Moskau vorgeschlagen worden. Doch kam eine detaillierte Einigung darüber, zunächst nicht zustande. An seiner Forderung nach bedingungsloser Kapitulation des Deutschen Reiches hielt Franklin D. Roosevelt, der amerikanische Präsident, seit der Konferenz von Casablanca im Januar 1943 allerdings unverrückbar fest. Der britische Kriegspremier Winston Churchill hatte demgegenüber, mit seiner Vorstellung, der Westen müsse sich schon im Krieg gegenüber der Sowjetunion möglichst viele Faustpfänder verschaffen, z.B. Berlin, Sachsen, Thüringen, gegenüber Roosevelt keine Chance. Der amerikanische Präsident wollte seinen Kriegsverbündeten Stalin bei guter Laune halten und war zu beträchtlichen Zugeständnissen bereit. Eine Politik, die der Westen noch bitter bereuen sollte. Bei der Übernahme der obersten Regierungsgewalt in Deutschland im Juni 1945 waren sich die Alliierten eigentlich nur über die Prinzipien der Besatzungspolitik einig, die mit vier großen Ds umschrieben werden können. Präsident Roosevelt war zwar von der Notwendigkeit der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit der Völker und vom Fortschritt für die vom Nationalismus und Kolonialismus unterdrückten Nationen überzeugt, andererseits aber richtete er seine Außenpolitik auch nach den Grundsätzen amerikanischer Sicherheitsinteressen aus. Für ihn galt das Denkschema, dass die USA bedroht seien, sobald eine expansiv sich gebärdende Großmacht auf dem europäischen Kontinent oder in Ostasien auftrat. Angesichts des Dritten Reiches vermochte Roosevelt seine Ideale mit seinen pragmatischen Vorstellungen gut zu verbinden. Anders stellte sich die Lage für ihn in dem Augenblick dar, in dem Deutschland besiegt war. Förderte nicht der Niedergang des Reiches den Aufstieg der Sowjetunion zu einer Großmacht? Konnten die USA schon während des Krieges Maßnahmen zur Eindämmung der Sowjetunion ergreifen, ohne das Misstrauen dieses wertvollen Verbündeten hervorzurufen? Roosevelt dachte also nicht nur im Rahmen einer europäischen, sondern einer weltweiten Gleichgewichtspolitik. Danach sollten die Sowjetunion und Großbritannien als Rivalen gegeneinander ausbalanciert werden und die USA die Aufgabe des Schiedsrichters zwischen beiden übernehmen. Im Krieg war er jedoch bereit, Pläne hinsichtlich des globalen Gleichgewichts im Interesse des guten Einvernehmens zwischen den Alliierten bis nach dem Sieg zu verschieben. Die Sowjetunion ging in ihren ideologischen Überlegungen von einem unüberbrückbaren Gegensatz zwischen der kapitalistischen und der sozialistischen Welt aus. Sie sah zwar eine Chance, endgültig der Weltrevolution zum Sieg zu verhelfen, fürchtete jedoch die Stärke der USA, vor allem die Atomwaffen. Sie richtete sich daher in ihrem tagespolitischen Vorgehen nach den Grundsätzen vorsichtiger Macht- und Interessenpolitik. Beide Motive bewogen Stalin sich ab 1944, allmählich von seinen Verbündeten zu distanzieren, denn erst die Distanz erlaubte ihm, einen die Sowjetunion absichernden Gürtel von abhängigen Satellitenstaaten an der Westgrenze zu schaffen. Überdies vermochte er so den bisher verdeckten ideologischen Gegensatz von westlichem und östlichem Gesellschaftssystem zu betonen. So legte es Stalin darauf an, Gewinne aus dem Niedergang Deutschlands zu ziehen, war aber nicht bereit, deshalb vor Kriegsende Auseinandersetzungen mit den USA heraufzubeschwören. Die Behandlung Deutschlands hing für ihn also von der Stärke der amerikanischen Reaktion auf seine Vorstöße ab. Auf jeden Fall aber wünschte er eine Verschiebung der russischen Grenze nach Westen, auf Kosten der Polen. Die wiederum sollten mit deutschen Gebietsabtretungen entschädigt werden. Die Europapolitik Großbritanniens war unter Premierminister Winston Churchill, seit sich die Niederlage des Deutschen Reiches abzeichnete, von der Sorge vor der künftigen russischen Vormachtstellung auf dem Kontinent geprägt. Da sein Land zu schwach war, um sich allein gegen die Sowjetunion zu behaupten, sah Churchill es als Ziel seiner Politik an, die Amerikaner an Westeuropa zu binden. Er wollte so das Empire entlasten und es vor dem Druck aus dem Osten bewahren. Lediglich der Krieg scheint Churchill davon abgehalten zu haben, den in diese Überlegungen passenden Plan eines europäischen Zusammenschlusses frühzeitig vorzulegen. Er suchte jedoch nach Möglichkeiten, wenigstens einen Teil der deutschen Wirtschaftskraft zu erhalten und traf sich in dieser Frage mit den Vorstellungen von Wirtschaftskreisen in den USA, die Deutschland als Industriestaat in den westlichen Interessenbereich einbeziehen wollten. Solchen gemäßigten Planungen standen nun wiederum Auffassungen des amerikanischen Finanzministers Henry Morgenthau Jr. gegenüber. Er gehörte der Denkschule der sogenannten Wansitatisten an, benannt nach dem britischen Unterstaatssekretär Robert G. Wansitat. Dieser hatte schon früh die Meinung vertreten, die Expansionspolitik Hitlers sei eine konsequente Folge der deutschen Geschichte und des dabei entstandenen deutschen Nationalkarakters. An diese These anlehnend ließ der US-Finanzminister Anfang September 1944 den sogenannten Morgenthau-Plan bekannt geben, der die Vernichtung der gesamten deutschen Rüstungsindustrie, ferner die Abtretung Ostpreußens, des südlichen Schlesiens, des Saarlandes sowie der Gebiete zwischen Mosel und Rhein und die Teilung des Reichs in zwei Staaten vorsah. Der Lebensstandard der Deutschen sollte drastisch gesenkt werden. Morgenthau gewann im September 1944 vorübergehend die Zustimmung Roosevelts, dem er einreden konnte, dass die Zerschlagung des Reiches die wirtschaftliche Stellung Großbritanniens stärke und dessen Widerstandskraft gegen die Sowjetunion erhöhe. Das amerikanische Außenministerium übernahm ebenfalls einige Formulierungen des Morgenthau-Plans, milderte deren Inhalt jedoch besonders in den wirtschaftlichen Bestimmungen ab. Die Konferenz von Yalta im Februar 1945 sollte die Deutschlandfrage endgültig lösen. Dort zeigte sich Stalin, der Gastgeber, als unnachgiebig. Die Staatschefs einigten sich zwar auf Zonengrenzen im eroberten Deutschland und auch die Franzosen wurden nachträglich mit einbezogen, doch die Zonen waren als Provisorien gedacht, die sich in der Folge allerdings als ziemlich dauerhaft erweisen sollten. Die verwickelten Fäden der alliierten Deutschlandpolitik liefen auf der Konferenz von Potsdam vom 17. Juli bis 2. August 1945 zusammen. Jetzt mussten Entscheidungen getroffen werden, da das Reich inzwischen vollständig besetzt worden war und die einzelnen Militärregierungen dringend verbindliche Richtlinien benötigten. Beginn und Verlauf der Konferenz waren schwierig. Die Sowjetunion hatte Polen zuvor die Gebiete östlich der Oder und Neiße übergeben und damit vollendete Tatsachen geschaffen. Außerdem war bekannt, dass sie die gewaltige Summe von 20 Milliarden Reichsmark-Reparationen forderte, was vermutlich eine wirtschaftliche Katastrophe in Mitteleuropa zur Folge haben musste. Aber auch in den USA war das politische Klima umgeschlagen. Nach dem Tod Präsident Roosevelt's trugen beunruhigende Berichte der amerikanischen Botschaft in Moskau dazu bei, dass sich in Washington ein härterer Kurs gegenüber der Sowjetunion durchzusetzen begann. So brachen auf der Konferenz von Potsdam im Juli 1945, auf der die deutsche Frage geregelt werden sollte, die Gegensätze offen aus. Zudem zeigte sich Churchills Nachfolger, der gerade gewählte britische Premierminister Clement R. Attlee, unerbittlich gegenüber Stalins Verlangen nach einer Beteiligung an der Kontrolle des Ruhrgebietes. Die Alliierten gelangten daher in ihrer gemeinsamen Erklärung vom 2. August 1945 lediglich zu einem Minimalkonsens. Einig waren sie sich in ihren Maßnahmen zur Ausmerzung des Nationalsozialismus und des deutschen Militarismus. Keine gemeinsame Vorstellung besaßen sie in der Frage des künftigen Aufbaues der deutschen Gesellschaft und des Staates. Sie wollten die Deutschen zwar zur Demokratie erziehen, ferner Parteien und Parlamente erlauben und das staatliche Leben von der Gemeinde her sich entfalten lassen, aber sie besaßen keine übereinstimmende Vorstellung von Demokratie. Sie vereinbarten auf dem Gebiet der Wirtschaft die Entflechtung der Konzerne und des emanzipierten jüdischen Bürgertums in die deutsche Gesellschaft aufhalten. Deshalb sahen selbst assimilierte Juden, vor allem konservativ-nationalbewusste, im Zustrom der Ostjuden eine Störung ihrer Interessen. Trotz dieses Zuzugs hatte der Anteil der Juden an der deutschen Gesamtbevölkerung schon seit 1880 ständig abgenommen. 1933 gab es nur noch 503.000 Juden in Deutschland. Das entsprach einem Bevölkerungsanteil von 0,76%. Wenn die antisemitische Propaganda es dennoch verstand, das Zerrbild jüdisch verseuchter Berufsgruppen, Gesellschaftsschichten und Stadtviertel zu zeichnen, so war dies die Folge einer Konzentration jüdischen Lebens in Großstädten. Allein in Berlin lebten 31% aller deutschen Juden. Hinzu kam die überdurchschnittliche Repräsentanz der Juden in einigen wenigen, aber sozial angesehenen Berufen. Vor allem unter Medizinern und Rechtsanwälten nahmen Juden eine besondere Stellung ein. Zweifellos prägten Juden das deutsche Wirtschaftsleben maßgeblich mit und schufen Hervorragendes in Wissenschaft und Kunst. Die Nazis machten von Anfang an keinen Hehl daraus, dass sie die Juden als störenden Fremdkörper im Reich betrachteten. Bereits am 1. April 1933, kurz nach der Machtergreifung also, organisierten die Nazis einen groß angelegten Boykott jüdischer Geschäfte. Nach drei Tagen musste die Aktion vorzeitig abgebrochen werden. Sparsame Hausfrauen hatten sich trotz des latent vorhandenen Antisemitismus gerade noch vor Beginn des Boykotts in billigen jüdischen Textilgeschäften und Kaufhäusern eingedeckt. Außerdem war das Echo im Ausland verheerend. Das hinderte aber die Nazis in den folgenden Jahren nicht daran, die Juden zu diskriminieren und ihnen Zulassungsverweigerungen für bestimmte Berufe wie Rechtsanwalt oder Kassenarzt auszusprechen. Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurden zunächst in Preußen, dann auch im übrigen Deutschland jüdische Beamte aus ihren Positionen gedrängt. Der Reichsparteitag der Freiheit 1935 versetzte den deutschen Juden dann den härtesten Schlag. Am 15. September verkündete Göring vor dem nach Nürnberg beorderten Reichstag das Reichsbürgergesetz, das zwischen Reichsbürgern deutscher oder artverwandten Blutes als Trägern der vollen politischen Rechte und künftig politisch rechtlosen, bloßen Staatsbürgern den Juden unterschied. Das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verbot Eheschließungen und Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden. Mit dem Attentat des 17-jährigen Herschel Grünspahn auf den Gesandtschaftsrat Ernst vom Rat in der Deutschen Botschaft in Paris am 7. November 1938 bot sich der NS-Führung eine ideale Gelegenheit, der aggressiven Judenpolitik eine neue, härtere Gangart zu geben. Was später unter dem beschönigenden Namen Reichskristallnacht in die Schreckenschronik der Nazis einging, war dreitägiger gesteuerter Pogrom. 91 Menschen wurden dabei ermordet, einige auf offener Straße. Selbst in kleinen Landgemeinden brannten Synagogen, jüdische Geschäfte wurden geplündert, ganze Familien misshandelt und 30.000 Juden wurden wie Vieh in Konzentrationslager gebracht. Sie sollen sich bieten! Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das breche Lügenmaul gestoppt werden! Die Reichskristallnacht eröffnete ein neues Stadium der NS-Rassenpolitik. Mit ihr begann die systematische ökonomische Ausbeutung und Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft. Hatten sie schon seit April 1938 sämtliches Vermögen über 5.000 Reichsmark anmelden müssen, so wurde ihnen nun eine Buße in Höhe von 1,12 Milliarden Reichsmark auferlegt. Und die Spirale der Demütigungen ging weiter. Nachdem Kinos, Parks und Schwimmbäder den Juden schon seit Jahren verboten waren, schränkte ein Judenbann ihre Bewegungsfreiheit weiter ein, Schlafwagen und bestimmte Hotels durften von ihnen nicht mehr benutzt werden. Sämtlicher Schmuck war abzuliefern. Die Politik der Ausplünderung ging weiter. Wohlhabende Juden, die Deutschland verlassen wollten, mussten eine Auswandererabgabe zahlen. Bei der Volkszählung im Mai 1939 wurden im Reich noch 233.646 Juden gezählt. Bis Kriegsausbruch war ihre Zahl um annähernd 50.000 zurückgegangen. Etwa 10.000 Kinder hatten vor allem in England, Belgien und Holland vorübergehend Aufnahme gefunden, ehe die meisten von ihnen nach den USA und nach Palästina gebracht wurden. Im Frühsommer 1940 wurde die seit langem bekannte Idee, alle europäischen Juden auf die französische Kolonialinsel Madagaskar zu deportieren, vom Außenministerium aufgegriffen. Doch die Realität sollte diesen Plan bald ad absurdum führen. Seit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion gingen Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei, die bereits unter der polnisch-jüdischen Zivilbevölkerung gewütet hatten, zu planmäßigen Massenerschießungen über, denen bis 1942 über eine Million meist jüdischer Menschen zum Opfer fielen. Als sich am 20. Januar hohe Parteibeamte zu der später berüchtigt gewordenen Wannsee-Konferenz am Berliner Wannsee trafen, um Maßnahmen zur Entlösung der Judenfrage zu koordinieren, wurden bereits präparierte Gaswagen eingesetzt. Während im Osten ab Januar 1942 mit den Gaskammern der reinen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau dann auch Subibor und Treblinka die Mordmaschinerie anlief und schließlich mit Majdanek einen vorläufigen Höhepunkt erreichte, nahm die Ausgrenzung der Juden in Deutschland nochmals schärfere Formen an. Der Gelbe Stern machte ab dem 1. September 1941 auch die Juden im Reich für jeden auf Anhieb erkennbar. Wer den Stern trug, dem war so gut wie nichts mehr erlaubt. Wagte er sich auf die Straße, um in der genau festgelegten Zeit, das war in Berlin zwischen 16 und 17 Uhr die wenigen Dinge zu kaufen, für die er noch Lebensmittelkarten erhielt, begann häufig ein Spießrutenlaufen. Am 30. April 1943 wurde den Juden generell die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Der noch verbliebene Besitz fiel an den Staat. Zehntausende Juden wurden in das Vorzeigelager der Nazis in Theresienstadt in Nordböhmen umgesiedelt, das aber letztlich nichts anderes als eine Durchgangsstation auf dem Weg zu den Vernichtungslagern von Auschwitz und Treblinka war. Als Deutschland bedingungslos kapitulierte, hatten etwa 6 Millionen europäische Juden ihr Leben verloren, erschossen, erschlagen, erdrosselt und vergast. Der Holocaust, eine ungeheure Hypothek, an der die Deutschen bis heute tragen. Während die jüdische Bevölkerung hilflos passiv auf den Terror der Nazis reagierte, organisierten sich die Gegner des Regimes relativ schnell nach der Machtergreifung der Nazis. Ihr aktiver Widerstand begann unmittelbar nach der Machtübernahme in den Reihen der Arbeiterbewegung. Die Kommunisten, schon bald nach der Machtübernahme verboten, riefen sofort zur illegalen Organisation auf. Die SPD, die einzige Partei im Reichstag, die gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte, begann ebenfalls mit illegaler Propaganda. Auch die Widerstandsbewegung, die ihren Höhepunkt in dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 fand, reichte bis in die Vorkriegszeit zurück. Am Vorabend der Sudetenkrise trafen sich oppositionelle Offiziere, um Vorbereitungen zum Sturz Hitlers im Kriegsfalle zu treffen. Als dieser Plan aufgrund der unerwarteten Nachgiebigkeit der Westmächte scheiterte, nahmen diese Offiziere Verbindungen zu Hitlergegnern in den verschiedensten Lagern auf. Der sogenannte Kreisauer Kreis um Helmut von Moltke umfasste neben hohen Offizieren und Diplomaten auch Weimarer Politiker wie den deutschnationalen ehemaligen Oberbürgermeister von Leipzig, Karl Friedrich Gördeler und ehemals maßgebende Sozialdemokraten und Gewerkschafter wie Wilhelm Leuschner, Julius Leber sowie Vertreter der ehemaligen Zentrumspartei und der katholischen sowie evangelischen Kirche. Ein gelingendes Umsturzes am 20. Juli hätte Millionen Menschen das Leben gerettet. Kosteten doch die letzten Monate des Krieges mehr Opfer als die Jahre zuvor. Den Krieg, Volkwahlgesetzes, stellte die Splitterparteien ins Abseits, denn sie hob die notwendige Zahl von Unterschriften für Kreiswahlvorschläge noch nicht im Parlament befindlicher Parteien von 500 auf 60.000 an. Am 27. Februar 1933 brannte der Reichstag. Das gab den Nationalsozialisten einen willkommenen Vorwand, um gegen Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter loszuschlagen. Noch in der Brandnacht ließen Göring, der preußische Innenminister und Hitlers Propagandaminister Goebbels, als Tatsache verbreiten, es handle sich um einen Aufstandsversuch der KPD und der Mitwisserschaft der SPD. Gleichzeitig ordnete Göring für Preußen scharfe Maßnahmen gegen die KPD, insbesondere die Verhaftung ihrer Abgeordneten, sowie ein Erscheinungsverbot für die SPD-Presse an. Nur einen Tag nach dem Brand unterzeichnete Hindenburg die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Das war faktisch der Ausnahmezustand. Die bis heute umstrittene Frage der Täterschaft an dem Reichstagsbrand, verurteilt wurde schließlich der geistesverwirrte Holländer van der Luppe, verliert unter diesen Perspektiven an Bedeutung. Durch die Streichung aller wichtigen Grundrechte konnte mit der rücksichtslosen Verfolgung der KPD noch vor den Wahlen begonnen und der Wahlkampf der anderen Gegner massiv behindert werden. Dennoch erreichte die NSDAP ihr Ziel weder bei den Landtags- noch bei den Reichstagswahlen. Zur absoluten Mehrheit benötigten sie wieder die Hilfe ihres bisherigen Koalitionspartners, der Konservativen. Um den letzten Widerstand der Gegner zu brechen, verlegte sich Hitler auf den Terror. Massenverhaftungen von Kommunisten und Sozialdemokraten und ihre Einweisungen in schnell errichtete Konzentrationslager, dazu die brutal erzwungenen Personalwechsel in den Verwaltungen, ließen dieses Kalkül aufgehen. In dieser aufgeheizten Atmosphäre nahm der neu gewählte Reichstag das von den Nationalsozialisten eingebrachte Ermächtigungsgesetz an, schaltete sich also selbst aus. Damit begann die Umwandlung des Reichstags zum Akklamationsorgan, das bestenfalls noch die weitere Selbstkastrierung beschließen durfte. Die SA, jetzt 300.000 Mann stark, sorgte mit Knüppeln und Terror weiter für den notwendigen Druck. Ein Massenexodus der geistig-kulturellen Elite Deutschlands setzte ein. Zum Beispiel verließ der geniale Physiker Albert Einstein das Land, ebenso der Dramatiker Bertolt Brecht, die Schauspielerin Marlene Dietrich übersiedelte nach Hollywood, der Schriftsteller Erich Maria Remarque zog nach Paris. Bis kurz vor Beginn des Krieges dürften annähernd 30.000 Menschen das Deutsche Reich, Österreich und die deutschsprachigen Teile der Tschechoslowakei als politische Immigranten verlassen haben. Die Führung der SA verlangte nun ihren Lohn, forderte die Zerschlagung, zumindest aber die Entmachtung der Wehrmacht. Aber Hitler wollte auf die Kriegsexperten, die er für seine Expansionspläne brauchte, nicht verzichten. Lieber opferte er seinen grobschlechtigen Dutzfreund Ernst Röhm, den Stabschef der SA. In einer Nacht- und Nebelaktion ließ er die gesamte Führungsspitze der SA verhaften und liquidieren. In dieser dreitägigen Mordaktion mussten auch zahlreiche Hitlergegner, die mit der SA überhaupt nichts zu tun hatten, sterben. Das Reichskabinett, durch das Ermächtigungsgesetz mit einem Persilschein versehen, rechtfertigte das Morden nachträglich als Staatsnotwehr. Als Hindenburg im Sommer 1934 starb, übernahm Hitler auch noch das Amt des Staatsoberhauptes und ließ die Reichswehr auf seine Person vereidigen. Der braune Diktator, der böhmische Gefreite, war am Ziel. Er hielt die absolute Macht in seinen Händen. Wesentliche Voraussetzung für die Überwindung der 1934 noch erheblichen, regimekritischen Stimmungen, war der seit 1934-35 deutlich spürbare Aufschwung der Wirtschaft und die dadurch sinkende Zahl der Arbeitslosen. Waren es Anfang 1935 noch drei Millionen, standen im Herbst 1936 nur noch eine Million auf der Straße. In bestimmten Bereichen war sogar wieder Vollbeschäftigung erreicht und vereinzelt herrschte sogar Arbeitskräftemangel. Das lag nicht nur an der Konjunkturverbesserung im Ausland, sondern vor allem auch an den gesteigerten Staatsaufträgen. Die Popularität auch politischer Erfolge, angefangen von der Rückgliederung des Saargebietes, der Wiederherstellung der deutschen Wehrhoheit und der Besetzung der entmilitarisierten Zone des Rheinlands bis zum Anschluss Österreichs und zur Annexion der Sudetengebiete, stärkten das Regime. Standen sie doch mit den Zielen und Wünschen der meisten Deutschen im Einklang. Hinzu kam der Respekt, den sich Hitler in diesen Jahren im Ausland zu verschaffen wusste. Im Juni 1935, drei Monate nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht, wurde der Arbeitsdienst eingerichtet. Hauptzweck des in militärischer Form jahrgangsweise abzuleistenden Arbeitsdienstes war die Erziehung der deutschen Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, vor allem zur gebührenden Achtung der Handarbeit. Aus ähnlichen Motiven heraus wurde auch die Hitlerjugend gegründet. Die Kompetenz der HJ umfasste die gesamte körperliche, geistige und sittliche Erziehung der Jugend außerhalb von Schule und Elternhaus. Sie wurde aber praktisch zur schärfsten Rivalin der schulischen Erziehung im Dritten Reich und schließlich vor allem auch Träger der vormilitärischen Ausbildung der Jugend. Die Geschlossenheit von Volk und Führung, das deutsche Organisationstalent und die deutsche Sportlichkeit wurden spektakulär bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin und in Garmisch-Partenkirchen vorgeführt. Hinter der Fassade glänzende Ereignisse, die sozialen Fortschritt und Frieden, politischen Erfolg und Einheit von Volk und Regime symbolisierten, vollzog sich allerdings für die ausländischen Besucher nicht sichtbar der weitere Ausbau der Überwachungs- und Mobilisierungsapparate. Um einen günstigen Eindruck vom neuen nationalsozialistischen Deutschland zu erwecken, waren anlässlich der Spiele auch einige der seit dem Vorjahr erneut verschärften anti-jüdischen Aktivitäten der Partei rückgängig gemacht worden. Der Rundfunk, schon vor der Machtübernahme in staatlicher Regie, war schnell auf NS-Linie gebracht worden. Josef Goebbels, der Berliner NS-Gauleiter, war ein für die damalige Zeit genialer Propaganda-Experte. Er beherrschte die Instrumente der Meinungsmache virtuos. Der vom Propagandaministerium kreierte Volksempfänger machte den Rundfunk zum Massenmedium der Unterhaltung und Steuerung. Die Zahl der Haushalte, die ein Radio besaßen, stieg von 25 Prozent im Jahr 1933 auf 70 Prozent im Jahr 1939. Wir hatten, und das war in weiser Voraussicht geschehen, den deutschen Journalismus so diszipliniert, dass wir in den entscheidenden Augenwickeln nicht den Markt zu befehlen brauchen. Ein leiser Wink genügt, um das Presse klarzumachen. Jetzt gibt's keine Diskussionen. Bei all dem stieg die Verschuldung des Deutschen Reiches von 12,9 Milliarden Mark 1933 auf 31,5 Milliarden 1938. Die hemmungslose Ausgabenwirtschaft der öffentlichen Hand bedrohte, wie die Reichsbank im Januar 1939 monierte, die Währungsstabilität ebenso wie den sozialen Frieden. Hitler antwortete mit der Entlassung, Hjalmar Schachtz als Reichsbankpräsident. Zur Finanzierung der Staatsausgaben, vor allem der hemmungslosen Aufrüstung, wurde die Notenpresse in Gang gesetzt. Propagandistisch wirksame Projekte wie der Volkswagen, der im 1938 errichteten VW-Werk produziert werden sollte, von dem aber kein einziges Exemplar an einen der vorauszahlenden Volksgenossen geliefert wurde, dienten vor allem der Beschwichtigung aufkeimender Missstimmung. Gegen die seit dem Ersten Weltkrieg aus Polen zugewanderten Ostjuden hegten auch Menschen, die den assimilierten deutschen Juden vergleichsweise vorurteilsfrei gegenüberstanden, Ressentiments. Besonders bei der reaktionären Rechten blühte eine wirtschaftlich motivierte Hetze, gegen die schon äußerlich den Eindruck von Rückständigkeit, Armut und sozialer Deklassierung erweckenden ostjüdischen Tagelöhner, Straßenhändler und Bettler. Sie wurden zu einem Ghetto-Dasein am Rande des Existenzminimums gezwungen. Das bösartige Klischee der jüdischen Fratze, auf Plakaten der Deutschen Nationalen Volkspartei schon zu finden, als die NSDAP noch Splitterpartei war, sollte zugleich die völlige Integration erst die Einführung der Rentenmark im Jahre 1923 stoppte die Mega-Inflation. Wirtschaft und Staat erholten sich wieder. Lange vor dem Wirtschaftswunder, nach dem Zweiten Weltkrieg, sprach man schon vom Wunder der Rentenmark. Die legendären goldenen Zwanziger setzten nach der Trostlosigkeit des verlorenen Krieges ein. Es konnte geradezu von einer schöpferischen Explosion aller musischen Kräfte gesprochen werden. Künstler wie Otto Dix und George Gross machten auf sich aufmerksam. Thomas Mann schrieb seinen Zauberberg. Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz. Marlene Dietrich erlangte im blauen Engel Weltruhm. Walter Gropius schuf eine neue Architektur. Berlin schien in diesen Jahren das quirlige Zentrum der künstlerischen Welt. Ein Tanz auf dem Vulkan, wie sich später herausstellen sollte. Doch wer sehen wollte, konnte sehen. Hitler und Ludendorff, der Kriegsheld aus dem Ersten Weltkrieg, putschten in München und flohen im Kugelhagel der Polizei. Hitler wurde zu einer milden Festungshaft in Landsberg verurteilt und diktierte seinem Vertrauten Rudolf Hess sein Buch »Mein Kampf« in die Schreibmaschine. Darin finden sich die zentralen Ziele Hitlers, Ausrottung des jüdischen Volkes und Eroberung von Lebensraum im Osten, notfalls auch durch Vernichtung der slawischen Rasse. Später, als der Besitz dieses Buches für jeden Deutschen patriotische Pflicht war, haben es wohl die wenigsten gelesen. Wie sonst ist es zu erklären, dass getreue Hitler-Anhänger die These verbreiten, der Führer habe von Auschwitz und Dachau, von Theresienstadt und Bergen-Belsen nichts gewusst. Nach der Einführung der Rentenmark schien es trotz zwei Millionen Arbeitslosen aufwärts zu gehen. Manche Betriebe konnten sogar Vorkriegspositionen auf dem Weltmarkt zurückgewinnen. Die Arbeiter hatten sich ihren Acht-Stunden-Tag erkämpft, begrenzter Wohlstand breitete sich aus. Doch dann traf die Weltwirtschaftskrise die Deutschen mit voller Wucht. Nach dem schwarzen Freitag an der Wall Street, an dem binnen Minuten Millionen Werte pulverisiert wurden, zogen sich die ueberseeischen Financiers schlagartig aus ihren europäischen Kapitalgeschäften zurück. Lohne und Gehaelter mussten gekuerzt werden, die Zahl der Arbeitslosen stieg im Winter 1932-33 auf ueber 10 Millionen an. Ganze Gesellschaftsschichten wurden radikalisiert und waren fuer umstuezlerische Parolen von Nationalsozialisten und von Kommunisten empfaenglich geworden. Die Regierung konnte nur noch mit Notverordnungen arbeiten. Der Reichstag mutierte tatsächlich zur Quasselbude, wie Kaiser Wilhelm II. das Parlament einmal verachtlich genannt hatte. Ungestraft konnten Bevölkerungsgruppen grob beleidigt und in den Schmutz gezerrt werden. Das in der Weimarer Verfassung verankerte demokratisch-parlamentarische System »Nachdem die Staatsgewalt angeblich vom Volke, in Wirklichkeit aber mithilfe einer korrupten Presse vom Geldsack ausgeht, bedeutet unverantwortliche und verantwortungslose Herrschaft der Minderwertigen, der Niederrassigen und der Juden unter Ausschaltung des Persoenlichkeitswerts und starker Fuehrernaturen.« So beschrieb der Fraktionsvorsitzende Dr. Wilhelm Frick in seinem Rechenschaftsbericht »Die Nationalsozialisten im Reichstag 1924 bis 1931« den »Krebsschaden«, unter dem Deutschland angeblich litt und fuer dessen Beseitigung die NSDAP kaempfte. Zu dieser Zeit war die NSDAP die zweitstaerkste Partei im Reichstag und ganz anders als nach der Reichstagswahl von 1928, als Frick dasselbe Verdammungsurteil schon einmal ausgesprochen hatte, bedrohte sie die Existenz der Weimarer Demokratie nun ganz akut. Mit ihrem schlagwortartigen 25-Punkte-Programm vom 24. Februar 1920 erwies sich die NSDAP zunächst als eine der vielen erst als Gesamterscheinung politisch bedeutsamen nationalistisch-voelkisch-antisemitischen Protestgruppen gegen den Versailler Vertrag, gegen marxistische November-Verbrecher und gegen die liberale Demokratie. Als eigentliches Programm des Nationalsozialismus, das ihn von seinen Konkurrenten unterschied, muss vielmehr die ebenso einfache wie weitgespannte politische Gesamtkonzeption gelten, die Hitler seit 1920-21 unermüdlich propagierte. Hitler verstand es, die Fanatiker, die Unzufriedenen und die Ratlosen aus allen Schichten in seinen Bann zu ziehen. Für den ersehnten Wiederaufstieg Deutschlands forderte Adolf Hitler die Überwindung der Niederlage von 1918 durch die Ausschaltung der vermeintlich Schuldigen, deren Wühlarbeit in der Heimat, das an der Front unbesiegte Heer von hinten erdeulcht habe. Die Triebkräfte sah er verkörpert in Marxismus und Judentum, den Trägern und Nutznießern des demokratischen Systems. An dessen Stelle sollte ein autoritär geführter, großdeutscher Machtstaat treten, der entsprechend dem rassischen Elitecharakter des deutschen Volkes eine hegemoniale Führungsrolle in Europa zu übernehmen hatte. Als wichtigste Grundlage für die Realisierung dieses Fernziels sah Hitler die innere Einigung und die psychische, physische und materielle Wehrhaftmachung der Deutschen an. Gestützt auf Bündnisse mit England und Italien, deren Interessen aus Hitlers Sicht in erster Linie außerhalb Europas lagen und somit nicht mit den Deutschen kollidierten, sollte die dann errungene Machtstellung durch kriegerische Eroberung die Germanisierung von Lebensraum in Osteuropa, insbesondere in Russland, erreicht werden. Im Krisenjahr 1923 stieg die Mitgliederzahl der NSDAP von 10.000 auf 50.000. Ende 1928 hatte sie etwa 100.000 Mitglieder. 1929 verfügte sie schon über 48 Abgeordnete in 13 Landtagen. Als die Wirtschafts- und Staatskrise 1930 ihre volle Wirkung entfaltete, vermochte die NSDAP große Teile des vorhandenen nationalistisch-antidemokratischen Potenzials in ihr Lager zu ziehen. Bei der vorzeitigen Neuwahl des Reichstages gelang es ihr erstmals in großem Umfang frühere Wähler gemäßigter Parteien zu gewinnen und darüber hinaus neu und bisherige Nichtwähler für sich zu mobilisieren. Dieser Erfolg, 18,3% der Stimmen, 107 Mandate, ließ sich bis Juli 1932 noch mehr als verdoppeln. Danach wurden allerdings Grenzen sichtbar. Der 30. Januar 1933 wurde zu einem tragischen Datum in der deutschen Geschichte. Der Greise, im Amt überforderte Reichspräsident Paul von Hindenburg, ernannte Adolf Hitler zum neuen deutschen Reichskanzler. Auch heute noch wird darüber gerätselt, wie es möglich war, dass 1933 ein großes Kulturvolk mit hochentwickelter Zivilisation scheinbar aus eigenem Willen sich der zerstörerischen Gewaltherrschaft einer Gruppe machthungriger Fanatiker auslieferte, deren Führer Jahre zuvor schon seine radikalen und nihilistischen Ziele mit aller Offenheit dargelegt und über den totalitären Charakter seiner künftigen Herrschaft wenig Zweifel gelassen hatte. Lange hatte sich Hindenburg als Reichspräsident quasi der Ersatzkaiser, der der Demokratie ohnehin zutiefst misstraute, gesträubt den böhmischen Gefreiten, wie er Hitler nannte, zum Kanzler zu ernennen. Aber seine Ratgeber, in erster Linie der arrogante Franz von Papen und Hindenburgs Sohn Oskar drängten ihn auf den Weg zum autoritären Experiment. Sie alle hatten Hitler unterschätzt, so wie das ganze deutsche Volk Hitler unterschätzt hatte. Noch am Tag der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten tönte von Papen, »Wir haben uns Herrn Hitler engagiert, in zwei Monaten haben wir ihn in die Ecke gedrückt, dass er quietscht.« Selten hat jemand sich so geirrt wie von Papen. Wenn einer quietschte, dann war er es. Erste grundlegende Maßnahmen Hitlers Anfang Februar 1933 waren die Auflösung des Reichstags, dem die konservativen Regierungspartner und der Reichspräsident zustimmten, und die Veränderung der Machtverhältnisse in Preußen. Durch die formal legale Reichstagsauflösung war Hitler von dem Organ befreit, von dessen Tribüne die politischen Gegner seine Strategie erheblich hätten stören können. Darüber hinaus eröffnete sich der NSDAP die Chance, in einem aus der Regierung herausgeführten Wahlkampf ein Ergebnis zu erzielen, das sie vom Koalitionszwang befreite. Drei Tage nach der Auflösung ergingen bereits zwei Notverordnungen des Reichspräsidenten. Die Verordnung zum Schutze des deutschen Volkes ermöglichte massive Eingriffe in die Presse- und Versammlungsfreiheit und damit in den Wahlkampf, hielt allerdings den Beschwerdeweg zum Reichsgericht ausdrücklich offen, die Verordnung zur Änderung des Reichste Hitler von Anfang an. Bereits 1933 befahl er den Vorrang der Wehrmacht. Sein Ziel war Lebensraum im Osten. Um das zu erreichen, musste er sich sogar mit seinem Todfeind Stalin am 23. August 1939 verbünden. Die Strategie dieses aufgezwungenen Umwegs hatte Hitler noch am 11. August Karl-Jakob Burkhardt, dem Völkerbundskommissar für Danzig, erläutert. Alles, was ich unternehme, ist gegen Russland gerichtet. Wenn der Westen zu dumm und zu blind ist, dies zu begreifen, werde ich gezwungen sein, mich mit den Russen zu verständigen, den Westen zu schlagen und dann nach seiner Niederlage mich mit meinen versammelten Kräften gegen die Sowjetunion zu wenden. Ich brauche die Ukraine, damit man uns nicht wieder wie im letzten Krieg aushungert. Ohne Kriegserklärung überfiel die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 Polen. Und ich bin nun mit meiner Regierung zwei volle Tage da gesessen und habe gewartet. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Zwei Tage später erklärten England und Frankreich Deutschland den Krieg. Hitler war entsetzt. Damit hatte er nicht gerechnet. Zunächst lief alles nach Plan. Polen wurde in fünf Wochen überrannt. Der Mythos vom Blitzkrieg war geboren. Stalin ließ den östlichen Teil Polens besetzen. Um die Seeblockade der Engländer zu durchbrechen, marschierte die Wehrmacht im April 1940 in Dänemark und Norwegen ein. Am 10. Mai 1940 begann der Frankreich-Feldzug, wie im Jahre 1914 Unterbrechung der belgischen und holländischen Neutralität. Nach sechs Wochen kapitulierten die Franzosen. Hitler, auf dem Höhepunkt seiner Macht, ließ sich nun als größter Felder aller Zeiten feiern. Gröfatz, kürzte das der Volksmund ab. Untertitelung des ZDF, gut, dass das ist, was er. Untertitelung des ZDF, 2020 Am 22. Juni 1941 überschritten 152 deutsche Divisionen, mehr als drei Millionen Mann, die Grenze zur Sowjetunion. Die Planer rechneten mit einem Feldzug von höchstens drei Monaten Dauer. Und zunächst sah es auch so aus, als könnten sie Recht behalten. In großen Kesselschlachten erlitt Stalins Rote Armee Niederlage um Niederlage. Mehr als drei Millionen Gefangene wurden gemacht. Aber dann steckten die deutschen Ketten und Radfahrzeuge im Herbstschlamm fest. Früh setzte der Winter mit mörderischen Temperaturen ein, für die die deutschen Lanzer nicht ausgerüstet waren. 30 Kilometer vor Moskau blieb der Angriff der Wehrmacht stecken. Die Japaner hatten den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor überfallen. Drei Tage danach erklärten die Deutschen den Amerikanern den Krieg. Damit hatte sich ein ähnliches Szenario wie im Ersten Weltkrieg ergeben. Die Anti-Hitler-Koalition konnte langfristig über 75 Prozent aller materiellen Ressourcen verfügen. Der Krieg war spätestens nach der verheerenden Niederlage von Stalingrad, wo eine ganze deutsche Armee, 300.000 Soldaten, aufgerieben wurde, nicht mehr zu gewinnen. Übrigens nur 6.000 der Stalingrad-Kämpfer sollten nach dem Krieg die Heimat wiedersehen. Darunter auch Generalfeldmarschall Paulus, der Hitler nicht zu widersprechen wagte und die Chance zu einem Ausbruch aus der eingekesselten Stadt versäumt hatte. Jeder Deutsche noch in tausend Jahren muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Einen Krieg unter Anspannung aller Kräfte und Ausschöpfung aller Reserven hatten die Nationalsozialisten vermeiden wollen. Der Russland-Feldzug brachte aber die Wende. Bereits mit der Schlacht vor Moskau Ende 1941 wurde klar, dass die UdSSR nicht im Blitzkriegtempo zu besiegen war. Der Krieg wurde zum Material- und Verschleißkrieg, in dem das größere Wirtschaftspotenzial den Sieg erringen würde. Und das war eindeutig das der Alliierten. Um noch den Hauch einer Siegeschance zu haben, wurde Deutschland zur totalen Mobilisierung seiner Kräfte gezwungen. Wollt ihr den totalen Krieg? Das nationalsozialistische Regime hatte sich nur zögernd entschlossen, diese Konsequenz zu ziehen. Die Totalisierung des Krieges vollzog sich schubweise und als Antwort auf vorangegangene Niederlagen. Nach der Wende vor Moskau, nach Stalingrad, nach dem endgültigen Verlust der strategischen Initiative im Osten und schließlich nach der Invasion und nach dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Seit Mai 1942 flogen alliierte Luftflotten ihre Großangriffe auf deutsche Städte. Das Gesicht Deutschlands veränderte sich. Insgesamt wurden etwa vier Millionen Wohnungen im Reichsgebiet zerstört. Jede fünfte Wohnung war nicht mehr bewohnbar. 500.000 Menschen starben, 650.000 wurden verletzt. Ganze Städte wurden in Schutt und Asche gelegt. Hauptlast hatten die Gebiete im Nordwesten des Reiches zu tragen. Köln, Dortmund, Duisburg, Hamm und andere Städte verloren 60 bis 70 Prozent ihres Wohnraums. Essen, Düsseldorf, Bremen, Hannover, Gelsenkirchen, Bochum, Kiel und andere 50 bis 60 Prozent. Allein die militärisch völlig unsinnige Bombardierung Dresdens forderte mindestens 35.000 Opfer. Wahrscheinlich aber sogar mehr, weil sich während der Bombenangriffe ungezählte Flüchtlinge aus dem Osten in der Stadt aufhielten. Evakuierungen sollten die Zahl der Bombenopfer möglichst niedrig halten. Hamburg verlor auf diese Weise etwa 40 Prozent seiner Bevölkerung, Berlin 25 bis 30 Prozent. Evakuiert wurden vor allem die Kinder, die nicht berufstätigen Frauen, sowie Rentner, Pensionäre und Kranke. Die psychologischen Wirkungen des Bombenkrieges sind schwer abzuschätzen. Gewiss trat die von den Alliierten erhoffte Wirkung nicht ein. Denn die Moral der Bevölkerung wurde nicht im erhofften Maße erschüttert. Hass und Erbitterung richteten sich nicht gegen das eigene Regime, sondern eher gegen den Feind, der Hunderttausende von Tonnen an Bomben über Deutschland abwarf. Dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Reiches folgte der Zusammenbruch der Geldwirtschaft. Die geräuschlose Kriegsfinanzierung, das heißt die Verschuldung des Staates bei den Geldinstituten und nicht direkt beim breiten Publikum, hatte ursprünglich gut funktioniert. Dieses System brach im November 1944 zusammen. Infolge der allgemeinen Unsicherheit wollte niemand sein Geld mehr zur Bank bringen. Der Staat wich immer mehr auf die Notenpresse aus und erhöhte damit den Bargeldumlauf. Von 29 Milliarden Reichsmark Ende August 1943 stieg er auf etwa 67 Milliarden Reichsmark bei Kriegsende. Die Gesamtschuld belief sich zu dieser Zeit auf etwa 380 Milliarden Mark. Bei drastisch verringertem Warenangebot kam immer mehr Geld in Umlauf, eine ideale Voraussetzung für den schwarzen Markt. Der schwarze Markt, so heißt es im Februar 1945 in einer Denkschrift des Finanzministeriums, habe eine Ausdehnung gewonnen, wie man sie bisher nur außerhalb der deutschen Grenze, in Ländern, die kurz vor dem Zusammenbruch standen, erlebt hat. Das Geld hatte seine Funktion verloren, Tauschäquivalent zu sein. Die Zigarettenwährung trat an seine Stelle. Als Hitler sich am 30. April im Keller der Reichskanzlei erschoss, lag Deutschland in Trümmern. Die Rote Armee hatte das völlig verwüstete Berlin erobert, die Amerikaner sich mit den Russen bei Torgau an der Elbe vereinigt. Eine Woche später unterzeichneten deutsche Generale die bedingungslose Kapitulation. Der Zweite Weltkrieg war Geschichte. Der Zweite Weltkrieg war Geschichte. Der Zweite Weltkrieg war Geschichte.